ja dann mach mal dein handy lautlos bitte danke und jetzt noch ein sieg von deutschland heute da wird es passen ok in spanien hallo überlebende schön dass ihr wieder einschaltet ja es ist soweit es ist freitag und dementsprechend sind wir unterwegs in seven days to die deichsel ist schon mit am start hallöchen deichsel und wir haben heute festgestellt dass wir bei tag 146 sind so 146 heißt wir stehen kurz vor der nächsten blutnacht die wenn wir uns nicht berechnet haben 147 auf 158 sein müsste und dem entsprechend sorry für das blaue bild ich muss den ton gerade noch mal etwas anpassen dem entsprechend ja hoffe ich dass wir alle fertig ich habe momentan so scheiß ohren dass ich das noch anpassen muss ich hoffe dass ich das gleich hinfügt dankeschön mein schatz da wollte ich gerade dankeschön mein schatz sagen weil sie mir eine energie bürge bringen und in dem moment wo ich die abnehmen will schüttelt sie die noch mal das muss doch lieben sein oder was sagt ihr das leute 30 60 50 30 60 90 ich muss mich gut ja wenn wir mal kamen oder kann also deswegen du bist woche karte mal will und klären wenn dann die eine breite noch da ist also wieder was hersteller woche woche und so ja so und das geht ja alles recht zügig die können ja von alleine durchlaufen das ist ja das schön ich gucke jetzt dass ich gerade erstmal wieder nach oben komme und dann von oben nicht weiter runter so was machst du jetzt dann heute so als vorbereitung um ich weiß ja nicht wie wir äh zurück wir haben ich bin ich gerade mal beim gucken ich bin ich gerade mal beim gucken ja aber guck mal was wir an fertiger munition da haben bin ich gerade dabei wir haben aber wo noch 1.200 geschoss spritzen und 1.500 hülsen 2.300 jeep röver ja hallo mein schatz schön dass du da bist ja kannst du erstmal gucken was du an munition hast ja ich guck mal schnell bevor ich hier die letzte das letzte hindernis äh entferne ja ich habe vergessen die neue tür zuzumachen ne da sind da nicht viel scharfschutz munition ist gebucht worden So, äh, nein, keine Überstunden, ja, wir müssen gucken, mein Schatz, je nachdem wann die Blutnacht anfängt, ne, was hab ich an Munition, ich habe 300 Schuss für die Sniper, 300 Schuss für die Pistole und 120 Schuss für den Revolver. Also für eine Handfeuerwaffe, Pistole, Revolver, wenn ihr dafür noch Munition für mich herstellt, dann wäre das super. Ja, ich weiß ja jetzt gerade nicht, was die Biene hat, ähm, weil, kann ja bei ihr jetzt nicht reingucken, weil es bestimmt noch ein Mann hatte Munition. Äh, ich gucke mal. Also was brauchst du, Pistole? Ja, oder, ähm, Revolver, das ist egal, aber eins von beiden. Brauche ich noch was? Hm, ich schaue dann mal, ähm, Pistolen Munition, erstmal ein bisschen raus. Ja, mach das. Aber du solltest auch nochmal nachhorchen, was da gerade los ist. Entweder los. Äh, weil irgendwas haut da schon was kaputt und ich bin schon unten in den Katakomnden. Okay, mach mal, mach mal 500 Pistole. Hm, das ist los. 500. Machst du mal 500 Pistole? Ja, ist doch okay. Und dann können wir sehen, was man noch hat, oder noch vielleicht. Und, fertig. Äh, wo geht's hier weiter? Hier geht's weiter. Dann, zwischendurch hilft springen. Aber auch nur zwischendurch soll ich jetzt einmal kurz umgucken. Da geht's runter. Da geht's rauf. Also so. Und, ich schaue sofort, wer was schreibt. Wie rechne ich nochmal aus, wann die nächste Blutnacht ist. Du nimmst den Tag geteilt durch sieben. Bei dir, bei dir, bei dir, bei dir, bei dir, bei dir ist, da kommt eine ganze Rote. Okay. Ich bin auf dem Weg. In dein Loch. Die kommen alle in mein Loch? Ja. Die ganze Rote. Wir spinnen auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Tag. 146. Oh ja, ich bin gejagt. Ja, sie fallen. Und Tag 147 auf 148 müssen wir die nächste Blutnacht sein. Weil wenn man 147 durch sieben teilt, müsste das 21 ergeben nach Adam Riese und Eva's Werk. An dem Mensch, wo er kommt. Jetzt wird's. Jetzt wird's. Da kommen wir immer mehr. Ja. So. No. Ich muss doch ein bisschen lauter gehen. So, alles gut. Ich hab hier unten meine Ruhe. Ich mach weiter. So. Voll blöd, dass ich nicht helfen kann. Ja. Alles gut, mein Schatz. Wiener kommt ja nachher noch dazu. Ich hab ja noch die Hoffnung, dass Gino mit am Start ist. Bis jetzt hat er sich nicht gemeldet. Und, ja. Schauen wir mal. Ich mach jetzt erstmal hier weiter und hoffe wirklich, dass das klappt. Dass wenn die gleich hier runterfallen, die sich ihre Knochen brechen und sterben. Noch, haben wir ja gesehen, ist es nur so, dass die ihre Beine verlieren und dann rumfliechen. Ähm, ich weiß nicht, wie es ist, wenn jetzt Deichsel hier reinfallen würde. Möchtest du hier nicht reinfallen, bitte? Ja, dachte ich mir schon, dass sowas kommt. Dass du da irgendwas dagegen hast. Und, ja, deswegen müssen wir jetzt gucken, dass wir hier einfach tiefer kommen. Je tiefer wir kommen, umso eher ist die Chance da, dass die Mistbücher einfach draufgehen. Sind viele Rando gefallen? Zwei Stück. Alles gut. Ja, nicht? Ja, nicht. So, koppeln wir runter. Ja, natürlich. Die einzigen, wo ich denke, dass wir uns noch so drum kümmern müssen, ähm, werden die, ähm, Spinnen-Zombies sein. Das ist aber auch. Ähm, die Renner glaube ich nicht. Weil, wenn die von oben runterfallen, müssten die sterben. Bei den Bullen bin ich echt gespannt, ob die sterben, wenn die runterfallen. Nöhm, aber ja, das wäre auf alle Fälle so eine Sache, wo ich sage, da müssen wir gucken. Und, ähm, abwarten. Ey, Level-Up gestiegen. Glückwunsch. Bei was? Äh, Level-Up gestiegen. Also, ein normales Level. Mhm. Ja, wir haben doch Waffen-Level und haste nicht gesehen, deswegen frag ich. Ja. Hätte ja auch sein können, irgendwie, äh, dass du gerade ein Zombie abgebaut hast und ein Messer. Nee, nee, hätte ich das ja schon gesagt. Ja. Manchmal vergisst man das ja auch. Mhm. Deswegen. Ja, können wir die annehmen, dann haben wir nicht mal was Renner-Dieses geben. Mhm. Ähm, ach, die bringen ja zumindestens immer Knochen und, ähm, Fett mit. Bei mir hatte der eine, muss ich gleich mal nachgucken, ähm, irgendwelche Notizzettel mit. Ja, also irgendwelche Quests, die wir mal machen können bei Gelegenheit. Ja, das wäre aber immer für Renner-Dieses machen, wenn wir genug Quests haben, also wenn wir von jeder Quest vier Stück haben, ähm, oder von, von zwei, drei Quests vier Stück haben, dass wir alle zusammen die annehmen können und, äh, dann zusammen losgehen können, weil sonst sitze ich wieder nur dumm rum. Ja, wenn wir dann gut zusammen mit der Belüben. Ja, und deswegen brauchen wir ja vier Stück und ich glaub noch einmal von keiner Quest vier. Doch, wir haben genug, wir haben sogar auch von einer. Ja, aber von einer nur. Nein, wir haben mehrere mit vier. Ja? Okay. Ja. Ja, aber dann erst nach einer Blutnacht. Ja, das ist ja genau. Und wenn allesamt dann, äh, direkt zum Start da sind. Nicht so wie Biene heute mit Verspätung. Nee, wenn, dann müssen wir das von Anfang an machen. Genau. Dann müssen wir direkt loslegen. Immer schön weiter hier. Die Spitzhacke ist gleich durch. Ich hab gerade noch ein paar neue mitgenommen. Und dann mal gucken, wie lange wir hier durchhalten. Dann, wenn alles klappt, können wir nachher ein Lagerfeuer unten in die Mitte bauen. Und dann stellen wir uns unten hin und gucken, wie es runterregnet an Zombies. Und die, die überleben, die töten wir dann halt. So ist der Plan für die nächste Blutnacht. Vielleicht auch noch oben ein, zwei Lagerfeuer hinsetzen. Dass die oben auch schon richtig von dem Sound her angezogen werden. Ne? So. Und die Flaschen? Kannst du Holz organisieren, dass wir auf alle Fälle genügend Holz haben? Das ist lieb. Weil. Ah. Ich hab noch ein bisschen vor mir. Ich hab mal letzte Woche das Schöne mit Vampy zusammen hier. Zack, zack. Zwei Mann, zwei Ecken. Und dann geht das schön schnell. Hast du was hier runtergeschmissen? Alter, ich dachte gerade, ich hätte was fallen lassen. Wo ist die Buddelecke da? Ja, ja. Ich dachte, das fällt dir auf den Kopf. Äh, ich hab's nicht so mitbekommen. Einmal. Zweites Mal. So. Erst jetzt gerade beim Aufheben dachte ich so, hä? Wieso sammle ich verdorbenes Fleisch ein? Ja. Jetzt heißt es wieder, buddeln wie ein Weltmeister. Aber was soll's? Ja, dann mal, ich gucke mal bei den Quest. Jetzt bin ich gerade da, weil ich was reinhange. Ja. Also Quest haben wir. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elfmal, zwölfmal, dreizehnmal, vierzehn, fünfzehnmal, fünfzehnmal können wir auf Questjagd gehen. Okay. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und elfmal Schatzkarte können wir gehen. Oh. Also ich denke mal, Schatzkarte dürfte sich sicher lohnen. Da ist echt die Frage, womit fangen wir dann an? Das werden wir nun sehen. Sollen wir durchlesen, was da so draufsteht, ne? Ich weiß, was wir machen. Wir starten das nächste Mal, wenn die Blutnacht heute stattfindet, starten wir das das nächste Mal mit einer Umfrage bei mir im Chat. Quest oder Schatzkarte? Genau. Und dann gucken wir weiter. Warte mal. Ich will mal gerade eben was schnell noch ausprobieren. Ähm. Gucken. Gemeinsam streamen. Weil das geht nur, wenn ich live bin. Jetzt gemeinsam streamen. Mal schauen, ob ich das hinkriege, ob ich den Werten Deichsel dazu bekomme. Du bist ja live. Jupp. Achso. Moment. Äh. Okay. Okay. Okay, das muss ich mir erst doch nochmal in Ruhe angucken. Weil das will gerade meinen Sound von meinem Mikro und nicht so übernehmen. Das heißt, der will in der Hinsicht gerade... Oh, schon musste ich auch noch pingen. Ja, ich musste ich auch noch pingen. Ähm. Der will im Endeffekt gerade einen neuen Stream aufmachen. Ähm. Und dann über meinen Laptop streamen. Aber ich streame ja über die Konsole. Da bin ich ja mit verschiedenen Sachen momentan dran, noch was zu versuchen, dass mir die Nachrichten vorgelesen werden, dass die Alerts funktionieren müssen. Ja, deine Alerts funktionieren nicht. Äh. Hast du schon Punkte eingelöst? Ja. Äh. Energy Time. Doch. Okay. Also ich krieg's angezeigt, dass ich was trinken soll. Äh. In dieser Minute hast du das eingelöst. Es sollte zumindest so ein Bildchen da sein. Ja. Aber okay. Prösterkin. Ähm. So. Ähm. Also Energy Time heißt nicht zwangsläufig, dass ich einen Energy trinken muss. Ähm. Sondern es ist einfach nur die Info trinken. Aber viele nennen das ja Wassermarsch. Ich trink ja kein Wasser. Ich trink Energy oder ähm. Andere ähm. Meist koffeinhaltige Getränke. Ähm. Deswegen hab ich dann überlegt, wie ich's sonst nennen kann. Und ja. So bin ich halt auf Energy Time gekommen. Danke. Jetzt werde ich hier gerade hinterrücks mit, ähm, Nuggets gefüttert. Du hast gut, ich mich überwass. Ähm. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Den hab ich ja vor dem Stream noch gemacht. Und hab's, glaub ich, ähm, knapp zehn Stück aus einer Kilo-Tüte. Und für mich genommen und den Rest Bampi hingestellt. Ähm. Weil, ähm, eine Frau, ähm, die das monatliche Problem hat, hungrig sitzen zu lassen, ist keine gute Idee. Ist halt schlecht für dich, ne? Mhm. Wenn ich dann von hinten die ganze Zeit angeknurrt werde, weil sie eine grundnegative Laune hat, dann ja. Mhm. Und so hat sie jetzt schon mal was zu essen, ne? Wie sagst du das immer so schön? Happy White, Happy Light. Mhm. Richtig. Ja. 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 Wieso will Deichsel nicht diskutieren? Ja, um was geht's jetzt? Weiß ich nicht. Bampi sagte, du willst nicht diskutieren. Ich tippe einfach mal drauf, du hast das Deutschlandspiel oder irgendwas laufen. Ja. Genau. Und bist deswegen abgelenkt. Ab und zu. Aber, äh, ich dachte, die fangen wieder 21 Uhr an. Nein. Heute ist 18 Uhr schon. Ach, schon um 18 Uhr. 21 Uhr spielt Frankreich. Ah, okay. Ähm, dann kannst du uns ja auf dem Laufenden halten. Ja. Also wenn ich dann mal ein bisschen jubile, da wäre es das hier zu beschlossen, dann bin ich schon bei einem Sporniotopischen. Also hier ist eigentlich alles ganz ruhig, aber ich wollte mal was, ja, ich brauche dann mal losgleich. Aber nicht so weit. Und deswegen? Nicht, weil ich noch ein bisschen was organisieren will. Okay, ich dachte, du organisierst ein bisschen Holz. Mach ich auch nebenbei. Mach ich alles nebenbei. Okay. Ich habe da eine Stadt und die Wüste, also beim Stadion hinten land, gerade als weiterer Richtung nach links. Und da will ich in der Stadt mal wegen Messing und so nachgucken. Okay, mach das. Okay. Das ist alles gut. Oh, warte mal. Ich muss meine Schrotflinger reparieren. Meine Schrotflinger reparieren. Ambrust muss ich bei Gelegenheit mal eine neue machen, weil ich bin runter auf 318. Mh. Äh, wie geht die? Ich habe meine mal wieder reparieren. Ja. Und so auf Otto und da brauche ich bloß den Stollen. Ich muss gucken, steht hier dran. Mh. Da. 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 Das hab ich heute als Ohrwurm. Okay. Ja, ich weiß auch warum. Es gibt Leute, die das Lied im Fußball-Bereich abgewandelt haben. Ähm. Und daraus halt einen Stadion-Song gemacht haben. und das Frühstücksfernsehen, das gucke ich ja morgens immer. Du auch? Ja, die haben das halt rückerfolgt. Woher kommt das Lied oder welches Lied ist es ursprünglich? Deswegen habe ich das als Ohrwurm. Das heißt, du guckst das morgens auch, ja? Ab und zu, ja. Hm, okay. Ich will noch eins. Jetzt buddeln wir hier schön weiter und gucken, dass wir hier vorankommen. Herzchenparty! Mit den Alerts, ich krieg's nicht hin, das ist so zum Kotzen. Wahrscheinlich müsste ich dafür über eine Capture Card streamen, damit das Ganze funktioniert. Jetzt geht's! Ja, das hat Leipzig angefangen damit. Wurde ich das erste Mal pro Kotzebüro geworden bin. Oh, ich hör da oben wieder Action. Ich bin schon unterwegs, gleich. Ich krieg's Deichsel heute grün. Bei Deichsel ist mir der Hintergrund zu laut, okay. Ich bin schon unterwegs. Hab ich denn Fußball? Ja, wahrscheinlich. Ähm, du weißt, dass das unheimlich Ärger geben kann, wenn das zu laut im Stream zu hören ist? Ja, also ich auch beim Moment. Ich wollte sie nur gesagt haben. Ach, da hinten ist eine. Ja, kommt's denn klar, die Kugel. Ach, jetzt wollte ich gerade auf sie schießen, da fällst du um. Wo kommt denn die auf einmal her? Kommst du überhaupt in Brombo? Keine Ahnung. Sag mal, wo kommst du denn hier? Ja. Aus Schumpfhausen, bitte sehr. Und die Tropfen. Hä? Die stehen alle... Die kommen alle aus der Erde raus. Ja, dann sind die gerade frisch gespawnt. Nein, hier gibt es nicht Anananas. Nee, komm, das gab's gestern. Genau, gestern gab's Anananas. Aufhältnismäßig wenig, ne? Ich hab das, glaub ich, nur einmal gehört. Bei mir einmal. Bei Biene immer. Ja. So. Ein Bär, ein riesen Bär. Und die Biene. Okay. Ja, beim Bär bin ich echt gespannt, wenn der in die Schlucht fällt. Ob der dann, äh, down geht. Die Spuren sind ja gerade hier hinten alle. Also, äh... Ja, kommt Bär. Kommt Bär. Was heißt hier hinten? Äh, im Norden. Im Norden. Okay. Da ist alles full. Boah. Dann hast du was zu tun. Ach, mein Schatz, Deichsel steht hier drin. Polizist owner. Du bist noch drin, oder, Deichsel? Ja, ich bin hier auch noch vertrüstet. Ja, ja. Nein, weil Wempel schreibt gerade, ich wünsche Deichsel drei Hunde an den Hals. Die ist mal wieder sehr liebensgewürzig. Ja, geh weg! Ey, du Blödes. Jetzt hab ich aber nicht schnell zu voll mit dir. Geht doch. Ähm... Alles doof. Ja. Alles doof. Ja. Ähm... Musste die Sachen bitte wieder aufbauen, ne? Noch hinter. Ja, ja. Er hat ja, glaub ich, auch keinen, äh... Is Hops gegangen. Counter. Sondern nur ist der Piled-Counter. Energie. Och Gottchen, schon wieder, mein Schatz. Okay. Dann wär auch noch rausgehen. Ja. Und einen Schluck trinken, sagt Wempi. Pröster Kim. Äh, Prost. Wenn er zu häufig eingesetzt wird, muss ich das mit der Zeit noch ein bisschen anpassen. Jetzt krieg ich hier aber noch schon, ohne Andeutung, direkt nur sowas in den Mund geschoben. Klingt falsch. Äh... So. Ähm... So. Wo war man schrieben geblieben? Der Neue. Ist ja auch gar nicht. Ähm... So. Ähm... Aber das Gute ist ja, ich darf auch sowas trinken, ohne dass man sagt, äh, ich muss was trinken. Weil, nachdem man mir ja gerade einfach so was zu essen in den Mund geschoben hat... Ist morgen was zu essen, ja? Ja, ja. Das war ein Nugget. Ähm... Was heißt hier Ziel erreicht, mein Schatz? Hehehehe. Hehehehe. Dieses gehässige Lachen dann aus dem Hintergrund. Da gewöhne ich mich nie dran, dass ich jemanden im Hintergrund sitzen habe, der dazwischen quakt oder so. So. Ähm... So. So. Hier. Und da. Ähm... Schulz hat man früher zumindestens gesagt. Und wenn du das nicht mitgemacht hast, hast du den Schlag auf den Kopf gekriegt. Also schon. Ähm... Ich muss gucken, dass wenn es mir besser geht, ich unbedingt mein Streaming-Area aufgebaut bekomme. Dann hab ich da wieder meine Ruhe. Und das in meiner eigenen Wohnung. So. Womit hast du denn dein Ziel erreicht, Bempi? Und das hätte dann auch ein Ende. Immer diese Flipper. Wenn du mal ein Ziel haben willst, dann sagst du, dann geht es nicht. Boah, die sind jetzt schon wieder drin. Weil ich gesagt habe, dass sie mir durchs Bild geflitzt ist. Ähm... Sie muss ja auch da angepisst sein. Dann ist das. Sie versteht es gerade total falsch. Wie immer. Na... Immer würde ich nicht sagen. Hm... Es geht ja nicht darum, dass ich sie nicht hier haben will. Es geht einfach darum, für die Zuschauer ist das komisch, wenn da jemand plötzlich durchs Bild rennt. Nein! Au! 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 Sechs! Was? Wer? Wo? Eine Schweierin. Achso. Eine Schweierin. Sie hat sich angeknabbert. Oh, die fand sich wohl süß. Oh, ich nicht. Oh nein. Ich bin gerade am Öffbau angepfeifen. Ach, du schaffst das. Oh, Polizisten noch. Hm. Ich mir das mal an. Hm. Sei nur froh, dass Wempy die drei Hunde dir vorhin schon an den Hals gewünscht hat und die nicht jetzt auftauchen, wenn du draußen unterwegs bist. Ja, ich bin aber gerade beim Öffbau wieder. Ja, deswegen meine ich ja. Ne? Vorhin hat sie dir an den Hals gewünscht. Jetzt steht sie hier gerade bei mir neben dem Fernseher, ohne dass ihr es sehen könnt, Leute. hier drin. Wie so eine Hexe so. Und flüstert Hunde. Also... Ja. Hallo, Bruder. Völf Uhr. Ob kommt gleich. Ja. Müsste jeden Moment. Geil so. Siehste. Ah, sag mal. Vielleicht tust du mich noch ankutzen. Im Norden. Okay. Was? Äh, verdammt. Ich habe direkt in die Ecke geschaut, als Deichsel geschimpft hat. Wieso? Da hat er es gesagt. Wempi. Wempi. Ach so. Wempi hat bei mir auf dem Bildschirm unten links in die Ecke geguckt, als du geschimpft hast. Ja. Ich wollte die Todesnachrichten prüfen. Wenn ich nicht wüsste, dass es keine anderen Spieler auf dem Server gibt, würde ich jetzt in Panik ausbrechen und im Kreis laufen, weil ich hier unten Kugeln einschlagen höre. Deichsel, wohin schießt du? Äh, aus dem Bullen? Ja. Aber ich bin weit weg von dir, aber ist ja egal. Ja, aber ich höre sie einschlagen. Ja. Warum schieß mal auf dem Bullen? Boah. Von mir aus. Bleib lieb. Ja. Na komm, jetzt. Ja, und 300. Ey, Pum. Deich, Will, ich soll dir ausrichten, Wempi hat dich total lieb. Sie wünscht dir jede Menge Spielkameraden, die dich umarmen. Hm. Ist doch nett, dass die so besitzen. Wempi hat dich total lieb. Hm. 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 Das ist ja so besorgt, dass wir uns alleine fühlen könnten hier. Nur weil wir heute keine Dame zum Staat an unserer Seite haben. Das ist doch nett. Du, MacGyver. Oh, das MacGyver Buch. Kannst du das? Lütz. Ja, das kommt dann bitte unten rein, weil da kannst du noch keiner von den anderen. Ja, tu es unten rein. Hm. Aber schön vorsichtig. Natürlich, ich bin immer zuerst, wenn ich was unten rein tue. Sehr gut. Wir wollen ja nicht, dass das irgendwie durch die Seiten eine Schnürtverletzung gibt. Ja. Ähm. 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 Weißt du, was lustig ist? Ähm. Seit gefühlten zehn Minuten, ähm. Dann steht Wempi an meiner Balkontüre und versucht rauszugehen zum Rauchen. Kriegt die Tür nicht? Die schafft es gar nicht, äh, die Zigarette zu Ende zu stopfen. Weil sie immer lachen muss. Weil du was unten rein steckst, weil eine Schreierin auftaucht. Also, ja. Wenn das so weiter geht, steht die da drei Stunden und hat nicht eine Zigarette geraucht. Dann kann man das Neues. Abgewöhnen. So kann man sich das Rauchen auch abgewöhnen, das stimmt wohl. Seitdem ich jetzt wieder an dem bösen Zeh erkrankt bin, ne. Habe ich mich einmal mehr an meiner Dampfe gezogen. Na ja, wenn ich den Hals hast, den Sinn ist, da, wenn ich krank bin, bin ich nicht erkennbar ein Brinkgeruch. Ähm. Heute Morgen kam der Gedanke daran, mal wieder zu ziehen. So. Ich hab's, ich hab's dann einfach stehen lassen. So. Ähm. 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 Ja. Ja, nachdem ich ja die ersten zwei Tage fast nur geschlafen hab. Oh. Weil's mir so mies ging. Mir gibt's teilweise bis zu 40 Geber. Und so'n Scheiß. Und Vampy ging's nicht besser. Ähm. Ja. Deswegen hab's ja geschrieben. Wartenwickel. Jaja. Ne. Aber. Wenn's nix hilft, hilft's nix, ne. Oder wie sie mit seinen Essigsocken. Essigsocken. Also. Ich war lieb, dass er da den Tipp geschickt hat, aber ich hab kein Essig in meinem Haus. Halt. So. Und äh. Du, wenn's hilft, nimmt man alles, ne. Auch so. Wenn's hilft, würde ich mir auch drei nackte Friseusen auf die Schultern setzen. Und dann ist es mir egal, ob Männlein, Weiblein, irgendwas dazwischen, äh, bi, hetero oder irgendwas dazwischen. So. Wenn das hilft, dass ich keine 40 Fieber mehr hab, ist mir das relativ. Und dann ist es mir auch egal, ob meine Partnerin in dem Moment damit klarkommt oder nicht. Wenn's um die Gesundheit geht, geht ja nicht darum, dass das irgendwie erotisch sein soll. Ich sag mal jetzt nichts dazu. Ja, vor allem, ich hab nur gesagt drei und nicht zehn nackte Friseusen. Ich weiß, wer die Fenster demnächst putzt. Weil dahinter lässt gerade jemand jede Menge Beweisspuren, dass er das machen möchte. Mhm. Ja. Ja. Und ich hatte mal in einem Haus, weil wir da so beschissene Fenster hatten, haben wir gesagt, wer vor die Fenster katscht, darf die putzen, egal ob Besuch oder nicht. Und, ähm, da gab's dann auch mal einen Zettel über, äh, an der Tür über der Garderobe, wenn du reinkamst. Sobald du deine Jacke aufgehangen hast, hast du diesen Zettel sehen müssen. Mhm. Ja. Ne, und damit hat jeder eingewilligt und, äh, ja. Ich hatte dann mal jemanden zu Besuch, der meinte, er müsse an die Scheiben tatschen. Anschließend hatte er tatsächlich das, äh, Fensterputzzeug in der Hand. Was? 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 Warum liegen hier auch noch welche? Habt ihr nichts zu tun? Wenn sie rumliegen, haben die nichts zu tun. Haben sie wenigstens Geschenke gebracht? Mh, nur was zu tun. Ziemichslitutter. Na immerhin etwas. Wir müssen mal denjenigen finden, der die spawnt und dem mal sagen, ey, nur Wachen und Munition. Na, nicht das, aber gerne andere Dinge. Davon haben wir jetzt genug. Das darf etwas weniger, dafür davon etwas mehr. Oder wenn ich schon Brot mitbringe, dann auch gerne was anderes. Maisbrot zum Beispiel. Ja, das Maisbrot, das ist ja teilweise diese verschimmelte Pizza. Das ist das Maisbrot. So, ne, also, ja, die bringt es mit, aber halt auf ihre Form. Also, ja, klappt das mit dem Essen mitbringen nicht. Ist ja schon gammelig dann. Und, äh, ja, ich bin so froh, dass man, wenn man den Stream schaut, uns hier nicht irgendwie Tiere oder sonstiges auf den Hals setzen kann. Weil Vampy schreit schon wieder Bär im Chat. Ich war da eben oben, da war da eben nichts mehr. Ja, wir brauchen gleich unbedingt hier die Falle fertig. Pass mal auf. Nicht, dass diese Blut noch bis weit ist hier von... Ich hab so ein komisches Gefühl. Es ist durchaus möglich. Aber nein, eigentlich ja erst die Nacht von Tag 7 auf Tag 8. Du weißt, Kenny. Ja, ja, ich weiß. Wir haben da immer unsere Probleme mit. Dann halt Polizei. Ja, Polizisten gerne. Die bringen wenigstens vernünftigen Loot mit. Aber die sollen sich jedes mal selber hochdragen. Genau. Wir müssen nur schneller sein. Dann passt das. Wenn die jetzt hier runterfallen und daran sterben, ist das noch besser. Und dann stehen wir unten ums Lagerfeuer rum und gucken zu, wie es Zombies regnet. Und singen, ach wie gut, dass niemand weiß, dass ich rummestiegschen heiße. Ach wie gut, dass niemand weiß, dass ich das Feuer extra angemacht habe. Da fällt uns dann noch was ein. Wir laufen ums Feuer und singen, hey, Zwerge, hey, Zombies, hey, Zombies, hey, Zombies, hey, Zombies, go, go, go. Und diese Zombies, die hier fallen, bringen Loot. Ja, genau. Da feiern uns bestimmt noch mehr schicke Lieder ein. Ja, das kann ich nicht so, das kann ich nicht so herstellen. Das kann ich so. Ja, das kann ich so. Ja, kann ich so. Wenn sie nachher kommt, da kann sie dann nur Fallspitzen herstellen. Ja, oder ordentlich. Klingt nach einem Plan. Haben wir denn so wenig? Die haben nicht mehr viel. Echt? Ich will gerade mal gucken. Die haben noch... 5,700, 730. Pfeile? 740, ja. Geil, seh. Du tust ja gerade... Ich bin ja derjenige, der hier 24-7 mit dem Ambrust rumläuft. Also... Ich tue nur die Schuldpinte einsetzen, wenn es nicht anders geht. Okay. Gucken wir mal, was wir hier noch so alles finden. Ja klar, jetzt ist hier wieder überall nur Stein. Schöne greifende Stunde sind wir schon wieder hier. Ja, ja. Die Zeit vergeht. So, werde ich mal den Lut holen, den Top holen. Mach das. Aue Schlaufe. Ja. Ach, jetzt nicht. Denk dran, ziemlich weit links gehen, Richtung Norden, sonst hängst du in der Falle, oder was heißt in der Falle, in der Abhebung da, in der Budelei, im Tagebau, so. Bei dir, meinst du es? Im Norden, in dem Berg. Ich muss in Richtung, äh, in den Borddienster. Okay. Ja, du machst das schon. Also, bei mir läufst du gerade Richtung Südosten. Ich muss das schon um die, um die Dinger rum. Ich schlafe, ja, um die Spitzen rum. Ich schlafe jetzt, ich bin jetzt bei dir. Und jetzt laufe ich direkt auf den Kopf zu. Ja, und da oben an dem Berg, der da ist, da könnte es sein, dass da auch so, äh, ein Graben ausgehoben ist, wo ich noch nicht dazu gekommen bin, weiterzumachen. Ähm, ne? Also, das Gelände hier kannst du auch teilweise echt, äh, der angefangene Plan nennen. Scheiße, wo ist er denn da lang? Weiter links. Links komme ich auch nicht weiter. Doch, doch, weiter links. Glaubst du mir? Du musst an den ganzen Häusern vorbei, am Ende der Straße, und dann kannst du Richtung Norden wegdrehen. Ohne Probleme. Ich bin lieber gerade im Griff. Ja, okay. Dann so. Ähm. Ja. Im Wagen vor mir fährt ein junger Zombie. Er sieht dumm aus, äh. Äh, aber das ist egal. Er bringt uns guten Loot mit, äh, also killen wir ihn direkt. Okay, äh, äh, ja. Wie hat er das geschrieben? Wempy. Ich weiß nicht, ob sich das so hundertprozentig reimen würde, aber ja. Der Wille ist da. Man kann's zum Reinen machen. Ja. Und Matthias rein. Ähm, bei dem bestimmt auch. Mhm. Bei dem kann man's bestimmt auch machen. Oh. So, ähm, zwei Mal für Bauplan, Maschinenpistole zwei Mal. Okay. Neh mal Medi-Kit. Neh mal Bauplan für Eisenbeinschienen und weiße Tabletten. Oh, weiße, weiße Tabletten, die uns retten. Äh, war nur ein kleiner Versuch. Du, alles gut. Das kann man ja machen. Wie hat denn letzte Woche Wempy ihre Munition zu ihm getan? Ähm, Wempy, du hast das sicherlich gerade gehört. Bitte mal im Chat antworten. Kannst du dir drüber sorgen? Ich versuche gerade, dass wir, äh, nicht neben dem Stream her kommunizieren. Deswegen, äh, sollst du ruhig reinschreiben. Ist Aktivität, zählt positiv, bringt mehr, als wenn du da von hinten reinrufst. Ganz liebevoll. Hm, Biene ist gerade weg von hier. Sollte ich behalten. Ah, alles klar, hast du im Inventar. Der Deichsel war sich sehr wahrscheinlich nicht sicher, ob du's behalten hast oder doch weggeräumt hast. Ja, weil sie irgendwas gesagt hätte vorher, deswegen war es nicht sicher gewesen. Ja. Weil irgendwas vorige Woche wegen Inventar gesagt hätte, oder wegräumen oder so, keine Ahnung. Ja. Weil sie nicht weiß, wann sie wieder da ist. Genau, und dann hat man mal gesagt, behalte es. Und da wusste man ja nicht, ob sie schon weggeräumt hatte oder nicht. Ich denke, das habe ich mir so mal nachgedrückt. Ja. Die Biene ist jetzt erst von ihrem Papa weg. Ui. Ui. Ja. Das, was ich weggeräumt habe, ist in der Muss-Los-Kiste. Also, okay. Also Deichsel, musst du gleich mal in die Muss-Los-Kiste gucken. Ich bin schon da, Gabin. Ja. Alles gut. Hier sind gerade auch noch eine Nitrat-Vorkommensleine. Deswegen. Da bin ich ja auch fleißig dran. Nitrat immer wieder. Wie sieht das eigentlich aus hier? Und noch habe ich genug Platz im Inventar. Ich habe die ganze Zeit Sorge, dass mein Inventar voll ist. Oh. Deichsel. Hm? Prost, der Kind. Prost. Ist doch gut, wenn man jemanden im Chat hat, der einen daran erinnert, dass man trinken sollte, ne? Hm. Weil trinken ist wichtig. So. Wenn man zu wenig trinkt, wird man zu schnell blöd. Ich habe mich nacherwiesen, dass wenn man zu wenig trinkt, dass man dann eine höhere Chance hat, an Alzheimer zu erleiden. Ja, da ist es da. Was? Da ist es Spanien. Kann ich nicht mehr sehen. Wie süß. Wie süß hat Deichsel etwa auch getrinkt. Ja, hat er. Deichsel trinkt mit. Ja. Und es schadet ja auch nicht, wenn man mit trinkt. Dino Pari. Hi Dino, schön, dass du rein schaust. Dino schreibt, oh, das kann mir nicht passieren mit Alzheimer. Ich bin zu wenig trinken. Da können sie ihr Lied singen davon. Wieso? Ja, weil ich so viel tinder. Achso, Dino nicht. Ja, aber bei ihr, ne? Dino, Dino. Die Tinto. Also, was ich so mitbekommen habe, ist halt aber auch schon mal, dass sie, okay, zumindest in ihrem alten Job, wo sie dann mal tageweise nach Hause kam und nur einen halben Liter oder was getrunken hat. Ja, da habe ich auch geschimpft. Ja. Und gerade beim Zocken wird es ja gerne vergessen, deswegen finde ich das ganz gut. Ne, ich kann das nicht, ich habe immer was dastehen. Was dastehen habe ich auch. Ja, aber ich habe es letztens gehabt, mal in einem Stream zwei Liter weggesöppelt und im nächsten Stream dann noch nicht mal zu einem halben. Da ist halt dann schon gut. Die Dino Pari ist ja bei mir. Dino Pari ist ja auch. Ja, die Dino. Wemke und Liene Dreck. Ah, hast du unsere Damen da? Ey, was ist das? Das ist ja, das ist ein Klas. Klaus Holt? Ach so, ich habe das schon. Ich habe mich auch nicht erlebt. Ne, da, ich habe auch schon am 3D-Jahr geklacht. man kann zwischendurch auch ruhig mal auf blumen schießen warum nicht ja ich dachte es wurde zum wieder bei rosen blumen das ist ja cool hier wollen wir kennen moment ich schaue auf die karte es geht in der höhe rein und das ist bald sondern er mein guter da war ich schon ich spielst du runtergetaucht ich glaube ja nee das ist ein punkt ja wir gehen die aus dem von da wo du jetzt stehst um geradeaus durch geht der also ein stück weiter das glaube ich noch mal noch oder zumindest eine große kammer ich komme ich nicht kann ich dir nicht sagen ich bin nicht da ich finde es echt schade dass diese version des games nicht mehr supported wird und wir demnächst die art karte haben also hier war noch keiner drinnen weil das ding gestoppt ist ok weil bei mir ist der bereich da bei dir freigelaufen um herzchen party um mehr und dann müssten wir ja theoretisch auf die karte ich hab doch nicht ich hab doch nichts äh äh ignoriert bananen äh schabine ja wenn die hatten aber können jetzt gerade geredet deswegen habe ich nichts gesagt ja die tat gefällt mir das ja das ist aber viel zu nehmen schmitten und ja wenn du willst tut doch mal einen pilz ähm also nein ich schade einfach weil wir als vierer version spieler sind ja im endeffekt die ganze zeit dabei das game zu supporten jetzt kommt es demnächst als neues game wenn du so willst raus weil es endlich aus dem early access raus ist und wir stehen dumm da weil es keinen support gibt weil die sich nicht einigen können die dies auf der vierer rausgebracht haben und die die das spiel entwickelt scheiße und wir stehen dumm da wir können das spiel das fertige spiel nur auf der fünf oder auf die pc spielen das zu betonen also hier war noch keiner drin erkennen wenn ich wirklich abgeschlossen war gesperrt da wir waren noch keiner drin gewesen ohne scheiß ich habe eine hülle entdeckt die Wauwauw haha und da ist die nächste Spitze hat gedauern so immer schön am buddeln bleiben also ich sag mal so Leute da das Deichsel sich bisher noch nicht aufgeregt hat oder gejubelt hat würde ich sagen es steht noch 0 zu 0 ja sie sieht so aus also ich hab schon gesagt dass das Game ein hartes wird und die in der normalen Spielzeit 0-0 rausgehen ja und dann Elfmeter schießen wenn nicht in der Verlängerung also nach den 90 Minuten irgendwas geschieht wo die eine der Seiten zu hart mit zu kämpfen hat dann sage ich es geht bis zum Elfmeter schießen ich hab's auch Deutschland gewinnt weiß ich nicht ich bin kein Orakel ne ich auch nicht sonst würde ich tippen aber ich hab nicht so ein gutes Gefühl heute aber na mal schauen ja deswegen sage ich ja also ich trau denen zumindest einen unentschieden zu und Elfmeter schießen und dann ja das ist immer wieder eine Sache wie entscheiden sich die wann wohin und wie gut sind die Torwärter noch fit ja na hab ich auch nicht ignoriert wenn wir das wie süß ich hab doch gesagt Kenny wir unterstützen uns gegenseitig mit dem Trinken ja sinds hab ich nicht ignoriert ist bei ihr vielleicht nicht so angekommen das kann sein dass das darauf gemünzt war so hier müsste ich jetzt alles haben noch so tief runter geht's aber irgendwie auch jetzt halten was rum marschieren wenn ich sehe nicht ist ja schon jemand drin keine Ahnung wenn hier ist es wenn es noch die eine Hülle in der Wüste die ich gefunden hatte ja genau so ist das genau so ist das äh 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 ne hier auch ok mhm ah du machst das schon ja komm ich muss mal sehen dass ich hier rauskomme die ist fertig geludet bei uns zu Hause wird schon wieder angeklopft ich weiß nicht ich bin im Loch ich kann nicht nachgucken ich kann nicht nachgucken wie heißt du? will doch in der Richtung nach Hause ich gucke doch nicht nach wer kloppt wenn ich gerade im Loch zugange bin das weiß ich nicht du denkst ich kann nicht nachgucken das ist richtig das ist richtig das ist richtig coole Höhle muss ich sagen ich habe mir das dumme Gefühl ich kann jetzt gleich mal nach Hause kommen mach das, mach das die Kräude nicht zu Gold kann ich nachvollziehen so einmal Honig cool das sollte erst einmal alles sein was wir so mit der Schaufel abbauen können dann gehen wir jetzt mal in der Spitzhacke wieder dran Football Helm ja die sind gut ja ich weiß, oh ein Minus keine Ahnung, erzähl mir mehr der eine krabbelt in der Luft rum okay 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 Kleeveband und Cheese Pulver Kleeband und Cheese Pulver das sind Dinge die wir auf alle Fälle brauchen ich mache eh mal Maschinenpistole weg du es mal lesen weil ich habe es schon ja alles gut ja wenn es nicht anders geht wenn es nicht anders geht das ist nicht ja das ist nicht ja ich lege es nicht ja oh Messing, ich gehe kaputt mit dem Buch lesen das ist unsere Maschine den haben ich eh schon alle gelesen Messing ist wichtig ja ich schaff's denn nicht ich schaff's denn nicht ich schaff's denn nicht ich schaff's denn nicht ich schaff's immer wieder jemand uh 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 wo bist du ach Deichsel, immer wieder herrlich also ich kann jetzt schon mal ansagen Leute ich werde weiterhin versuchen ähm verschiedene Dinge hier mit zu integrieren sofern es geht ich werde mich da weiter ähm durchkramen und hoffen dass ich was finde wo ich die Alerts mitmachen kann oder dass mir die Nachrichten im ähm Entschuldigung ähm im Chat vorgelesen werden ähm ja mit einer Wattenspitze scheiße die brauchen wir ich kann nichts mehr haustun ja oder verwerte das weil das ist ja Dose und äh da kriegst du ein bisschen Metall was Gähn Nummer 5 ja ja ich weiß aber ich weiß nicht wo der gerade herkam ja wir haben keinelei äh Anzeichen Deichsel ist schon wieder lost ok ja irgendwas hab ich ihn gemacht ich weiß es nicht musst du Vampy fragen hab ich es nicht gemacht ich bin noch im Moped unterwegs ja ja das ist ja nicht nur wenn du dein Moped suchst ne sondern wenn du irgendwie generell lost bist äh Prost was hat er gesucht? äh nicht sein sein Moped äh ja Prösterkind meinst du wo der wo er den Zombie gesucht hat? ich bin mal gespannt was er reinschreibt was du gesucht hast ja Leute auf YouTube ihr kriegt halt nur das mit was wir erzählen deswegen kann ich euch nur empfehlen schaut gerne mal auf Twitch vorbei da seid ihr leicht dabei wenn solche Chaosrunden hier entstehen ok läuft Vampy Leipzig bist du grad da oben bei mir ja ich will gerade runter pinkeln äh ja ähm Vampy weiß auch nicht mehr warum du lost bist scheiße was das der Leipzig schießt ein Tor gegen Deutschland Leipzig schießt ein Tor gegen Deutschland der Leipziger ja bei Leipzig spielt der hat jetzt ein Tor gegen so spanisch ja ich geh das mal auslernen mach das geh dich auslernen bevor die runterpullers also halt mir fest Leipzig in Spanien spielt gegen Deutschland äh und damit verhindert Leipzig jetzt dass Deutschland weiterkommen kann der Spieler dass wir das so geklärt haben aus 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 die EM ist aus Deutschland ist Feierabend ja so wie ich gesagt er ist so schlecht verteidigt also echt immer ja zumal wenn du mal guckst bis jetzt auf die Statistik gesehen ne ja es ist noch nie ein Gastgeberland im äh was sind wir jetzt im Viertelfinale mhm ja rausgeflogen Spanien 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 hat noch nie das Gastgeberland ähm in einer EM rausgehauen ja ne also das Frühstücksfernsehen ist heute so Statistiken durchgegangen deswegen weiß ich das Womit sie sich Mut machen wollten dass Deutschland noch weiter kommen kann Warten macht einfach mal ab Oh sie sind nicht vorbei richtig das Spiel dauert 90 Minuten der Ball ist rund und der Grunde muss uns eckige wir haben noch 40 Minuten so was echt echt ist schon die zweite Halbzeit dran ja 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 na ja Pol und sind der Klamotor nicht. Bonnir und schießt die wirklich nicht mehr in einem auf dem Sack und schön die sind auch nicht nur Zeit genug ja ja Was soll ich dazu sagen, Deichsel? Da kommen wir nichts zu sagen. Schön, Pfeifen auf dem Ohr. Also Deichsel, eventuell musst du öfters mit mir reden oder öfters Sachen wiederholen. Mein linker Team ist gerade so hohl, dass ich links kaum hat höherem und rechts habe ich Druck auf dem Ohr. Okay. Ist gerade echt wies. Ich liebe dich. Ich habe doch gerade erst einen Schluck getrunken, mein Schatz, aber ja. Wempi sagt, Energy Time, also trinken wir ein Schluckchen, Prösterkirchen. Mal sehen, meine ich auch schon mal aufs Tür rennen. Ich bin ja begeistert, dass du nicht jetzt schon was. Genau, hier ist das Loch, dann machen wir das Loch mal ein bisschen größer und dann können wir hier weiter rumfummeln. Musst du das Loch ausdehnen? Ja. Ein bisschen nach unten und ein bisschen zur Seite. Ein bisschen tiefer. Nein, das geht schon ganz tief runter. Da brauche ich nicht mehr dran zu arbeiten. Also, ne, rein kommst du ganz tief, aber es ist halt noch recht klein und deswegen muss ich das jetzt hier, ja, zur Seite und nach unten noch ein bisschen ausdehnen. Ach so, das Loch ist noch Jungfrau. Ja, das ist nur ein 1x1-Loch, also. Ja, das ist ein bisschen kleben. Ja. Und, äh... Wenn da was reinpassen soll. Ja. Und vor allem, überleg mal, dieses Loch soll später ganz viele Zombies schlucken. Ne, und da muss das Loch halt noch um einiges größer werden als 1x1. Da bleiben die Zombies ja drin stecken. Ich bin gleich gegen die Wand gerannt. Na, besser gegen die Wand als gegen die Pumpe. Ja. Ach, ja. Ich höre draußen schon wieder was. Ja, ja, ich bin nur verbunden. Ich kann ja nur nicht sagen, ob es rechts oder links ist, weil rechts, rechts, links immer noch den Ton... Ich höre schon. Ich höre was. Endlich geht er runter. Wer geht runter? Ich mag den nicht. Ach so. Ja. Wo sind sie? Also wenn sie jetzt den Ausgleich noch schaffen sollten, bevor die Spanier ein zweites Tor reinhauen, ne? Ja, ich muss nur aufmachen, wenn... Du kannst immer schnell in Kunter kommen, oder warst du das, ne? Pass auf. Wenn die Deutschen es schaffen, ein Tor zu schießen, bevor die Spanier ein zweites Tor machen, dann ist es möglich, dass Deutschland außerhalb der Verlängerung noch gewinnt. Ja. Weil die dann nicht öffnen kann. Ja. Aber dann muss Deutschland auch ganz schnell dran sein und zwei Tore hintereinander machen. Sonst... Ja. Wird es wieder ein zähes Ding. Erstmal ein Ausgleich, das ist erstmal wichtig. Ja. Ja, nur damit dürfen sich die Deutschen dann nicht zufrieden gehen. Die müssen direkt nachsetzen und sagen, okay, die haben uns gerade unter Druck gesetzt. Jetzt müssen wir uns unter Druck setzen. Und wenn sie das nicht tun, haben sie verkackt. Und sorry, aber so gut spielen die Deutschen nicht zufrieden, dass das gelingt. Das letzte Mal, wo sie gegen Spanien in den Turnier gewonnen haben, das war 1988. Irgendwie sowas habe ich heute Morgen im Frühstück sein dann auch gehört. Ja, EM in Deutschland. Haben sie zwängen gewinnt. Aber, naja. Abwarten. Ja, haben wir noch. Na, also mal eine halbe bestimmte Zeit. Ja, du hältst und sei ja auch im Laufenden. Aber ich sag mal, wenn Deutschland rausfliegt, gibt es keinen Autokorso für die Spanier, dann gibt es Randale. Nee, Randale gibt es nicht. Nee, Randale gibt es nicht. Nee, Randale gibt es nicht. Das weiß ich nicht. Ah, Portugal, Frankreich, dann. So, der Himmel, der Himmel, der sieht irgendwie, ja. weinrötlich aus. Bei mir sieht er blau aus. Nee, bei mir weinrötlich. Und wenn ich nach oben gucke... Oben ist blau. Aber wenn du noch hin, rechts und links guckst, dann ist er schon... Rechts und links sehe ich nicht. Also, ich will nicht. Deswegen. Aktuell ist er blau. Kannst du ja auch gerne eine Spitzhacke und, äh, also Spitzhacke, Schaufellen, äh, schnappen und hier unten mitbuddeln kommen. Äh, ich wurde erst gemerkt. Dann kommt so eine Scheiße raus, ja. Hm, ich habe, hm, hm. Ähm, geh mal bitte hin und setze an jede Ecke von diesem Ding hier ein Lagerfeuer. Also vier Lagerfeuer oben verteilen. Haben wir noch irgendwie Lagerfeuer? Musste gucken, sonst musst du eben noch welche herstellen. Und dann kannst du die auch schon mal mit Holz füllen. Ja. Am besten halt jedes mit, äh, 6000 Stück. Ne, das einmal anmachen und dann ganz lange brennen. Aber noch nicht anmachen. Die machen wir erst kurz vor der Blutnacht ab. Weil bis dahin möchte ich auch so tief wie es geht sein und dann auch hier unten drin, äh, Lagerfeuer stehen haben, sodass die dann hier hingezogen werden. Und hoffentlich lassen sie dann die Base in Ruhe. Das ist ziemlich rot draußen. Sehr rot. Sehr, sehr rot draußen. Macht mir keine Hoffnung. Äh, ist wirklich gut, ich verorsche dich nicht. Kine, wo bleibst du? Dann siehst du mit dem Lagerfeuer, ein Deichsel. Ah, jetzt heißt das ganz schnell machen, ja. Bieneskornen, U-Bahn. U-Bahn. Okay, noch sehe ich nix rot. Ja, Leute, ich weiß, dass dieser Streifen da, äh, ein Lichtschimmer sein soll. Das ist mir bekannt. Ne, er wandert ja auch immer weiter, aber ich sehe halt nichts nach oben. Ich habe nur noch, da ist, da ist, da ist da drauf. aber noch eine stunde zeit ja ich hoffe dass ich die ebene dann fertig hab ich würde mal an deiner stelle ich würde mal an deiner stelle hochkommen es wird eine blutnacht ist knallrot und da kommt der ersten schon los bringen lagerfeuer raus die sind die sind nicht aufgebaut ich hab erstmal 305 Holz rein getan weil ich jetzt erstmal noch Holz sammeln werde ich hab hier unten nichts in punkto Verteidigung wenn die hier runter fallen graben die sich bis zur base durch theoretisch ich muss hier im Loch bleiben deswegen nicht ich brauch hier unten Lagerfeuer ich hab die oben aufgestellt ja ja oben an jeder ecke eins so und hier unten wollte ich auch noch welche bauen warte die kannst du selber bauen Lagerfeuer da ich schmeiße dann das Holz rum ja das ist so in etwa die Mitte machs einfach mal eins nach hier eins nach da wieder wala rala rala so und dann brauchen wir nicht dass wir in der ca. 45 Minuten spielen wir dort ähm so wie ist alles gut noch Und kommt wie eine Passen zum Aufräumen. 21 Uhr. Wie viel Holz habe ich dabei? Tausend, okay. Ich meine, der ist dick runter. Ja, alles gut. Den anderen tue ich oben noch mit rein tun. Na, oben, die müssen nicht so lange brennen wie hier unten die. Da hast du die 3L, die überall 350 Schur, die reichen. Ja, da musst du mir gleich mal sagen, wie lange die brennen würden. Ja. Na? Nein, aber was ich gerade meinte, ich habe mir jetzt nochmal ein paar Holzstacheln hergestellt, weil es geht ja hier zwei Wege runter zur Base und dann kann ich die zumachen. Bevor ich schuld bin, dass die gleich in der Base drinstehen. Oh, oh, oplah. Okay, ich habe jetzt über 18.000. Ich komme jetzt zu dir. Ja. Was ist mit dir? Willst du nicht zu mir kommen? Ja. Komm schon. Schneller. Graben Sie schneller. Jetzt sieht man wieder nicht. Wo ist es? Wo ist es? Okay, stimmt. So. Jetzt ist der Himmel wieder schwarz, weil es regnet, geht immer wieder nicht. Okay, bei mir hier unten ist noch nichts zum Punkt, so Regen zu sehen. Sag Bescheid, wenn du da bist. Ja, ich bin schon hinter. Ich gucke aber jetzt erst einmal. Die würden brennen, eine Stunde. Ja, okay, das reicht. Okay, ich schmeiße dir was runter, wo bist du? Ja, hier unten einfach geradeaus runter. Ich schmeiße es dir runter. Wie viel Sticks? Was du entbehren kannst. Okay, bitteschön. Was? Da. Ah, hier. Was war der Bein? Okay, habe ich. Nichts noch den dritten haben. Na, alles gut. Wenn du sagst, das ist das, was du entbehren kannst. Nee, den anderen kann ich dir auch noch geben. Wenn die Stunde hier oben erhält. Die Stunde, da bin ich mir fest sicher, dass die reicht. Na, aber gib mir eine Sekunde, bis ich das hier unten verteilt habe. Ja, wären 500... Was? Jetzt ist wieder nicht mehr rot. Gut. Dann ist das noch die Nacht davor. Dann ist gut. Dann können wir noch weiterarbeiten. Aber schmeiß ruhig den Zweck runter. Okay. Kann ich? Ja. Bitteschön. Da ist er. Ist angekommen. Sah gut aus. Ich gucke auf dem Boden, folge an der Wand, dem Schatten, um zu gucken, wo das Ganze landet. Dann stelle ich mir jetzt erst noch mal 10 Speere her. Also die Spikes zur Abwehr. So. Und dann machen wir noch weiter. Aber dann, wenn die in einer Stunde da ist, passt das. Dann ist die pünktlich da, um mit uns gegen die Zombies zu fighten. So. In einer Stunde? Nee. Doch. In einer Stunde ist doch kein Tag rum, oder? Der Tag dauert ein Stündchen. Weil wir haben ja jetzt einen ganzen Tag gezockt. Und wir sind anderthalb Stunden dran. Wir sind vielleicht anderthalb Stunden. Das heißt, wow, das wird eng mit der Blutnacht heute. Das kann wirklich dann nächste Woche direkt losgehen. Zum Start. Was wollen die noch verschaffen? Was? Was? Was noch auf Fangenhundung hingewiesen? Prozent Prozent Möbel Elfmeter ohne Torwart M da in der Stimme ist von so treibendem Ort Prozent in der Geschenke in der Zwolle und und mit der Einwanderung die Möcke die kommt von oben die die komponieren ja aber die kommen meistens ja von oben wir haben nicht über den Boden ich rede auch in Riebe raus vom Wald kommt bis hierher sie wollte mir sagen Es ist ihr zu schwer. Auf der Suche nach frischem Blut, sie nun an deiner Türe sich versuchen zu irgendwie so rein mich oder ich fress dich. Okay. Das ist natürlich blöd. Wir haben jetzt die Lagerfeuer schon gebaut und auch platziert. Da müssen wir also gucken, erstmal drum rumbuddeln und hinterher eventuell vier neue bauen. Aber das ist das kleinste Übel. Buddeln, buddeln, buddeln. Ich komme mir hier vor wie bei Speedgraben. Ich wollte es extra nicht sagen, Speeddating. Sonst fühle ich hinterher wieder Ärger. Vor zwei Minuten bin ich schon drauf eingegangen auf Wassermarsch beziehungsweise Energy Time. Weiß ich gerade nicht. Herr Müssen, gleichium, gut für mich. Prost. 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 da haben wir noch ein bisschen ein Teil der Schere kann ich als Bikes kann ich erst mal stehen lassen weil die an der Wand fest sind und das auch noch ohne Alkohol nur Bikes und doch gut Oh, ich muss gleich mal gucken, dass ich in-game auch so und trinke. Mhm. Pfosten, Alter, das gibt's doch nicht. Oh, Mann. Hat er vor den Pfosten geschossen. So, so kann's gehen. Brauchst du noch Holz? Aktuell nicht. Okay. Oh, mein Inventar ist so langsam voll. Hm. Prost, Biene. Prost. Ja, Mahlzeit. Ich glaube, Gott sei Dank noch was, was ich machen kann. So. Moment, äh, erstmal die hier wieder reinlegen. Und dann weitermachen. So. Mushroom, Brünn hier. Ja. 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 um was macht man jetzt in der kommenden nachhaltig ich will erst mal ein zeug bekämen mit der überdruck wird dann nicht das über alles an bienen bleibt ich bin nicht sehr gut dass du das machst wenn gleich die nacht rum ist gehst du dann noch mal durch und guckst wo was repariert ausgetauscht und aufgebaut werden kann muss soll wenn ich dazu lust habe ja wäre gut auch verdammt ich habe mal gar nicht nachgeguckt um wieviel uhr reinfeier am sonntag spielt ob der sims stream stattfinden kann oder nicht gerade für die leute auf twitch wichtig wenn die am sonntag reinschauen wollen für die sims ich habe jetzt ich habe nach uns und jungen geguckt bei ARK der war da bei uns ein kommentierer rumgelaufen 450 oh cool das habe ich mir geholt natürlich welches level hat es jetzt? 480 womit hast du das gefüttert? mit normalem fleisch ich hatte kein premium fleisch gehabt weil das hätte sonst gut 200 level dazugekommen und so nur was von 420 auf 480 80 ja dann muss das aber angegriffen worden sein ja sonst hätte das nicht so viel verloren weil auch mit normalem fleisch sollte das eigentlich nicht so hart reinzacken ich glaube ja nicht ja ich habe schon ähm Patronen hergestellt also Munition das ähnliches was du dann vielleicht machen könntest wenn du dann dort bist äh Pfeilspitzen herstellen oder vielleicht auch nicht mal gucken wer muss nicht aber einer muss es doch wegräumen ich soll doch schon mal alles an dir hängen bleiben Biene aber aber ja ok du willst ja auch was zu tun haben ich verstehe das schon ja wir wollen doch mal wenn sie hier hacke ja was macht was verkehrt das so oder so musstest du doch wissen hm ach komm ihr seid doch nicht mehr ganz wichtig ihr Ideen was würde die noch vor chancen haben ja was ist denn los wechsel erzähl erläuft der lehne auf dem tor zu und über tor zu erheben und schieden gibt es nur mit einfach nur übermut nervosität keine ahnung wir haben ja viele junge spieler dabei ja da sind aber die spielen ja in ganz liegen europa und das ist das geld was die griechen da gebe ich dir recht ja 16.25 kick-off dann heißt es sind die empfindet statt könnte dann nur passieren dass abend um etwas anders stattfindet genau wie die achte finale der österreicher gegen die türen da habe ich ja wirklich sind Ajoa. Essen und trinken, hast du gegessen und hast du getrunken? Nö. Richtig, das ist mir gerade eingefallen, das würde ich auch noch machen. Achso, mal gucken wie das Brot aussieht. Schön ausgelangt hier. Brot habe ich auch hergestellt. Weil wir wussten ja nicht, wann du heute kommst. Er scheint. Wenn du erscheinst, ja. So, Moment, da ist das Haus. Draußen kloppt wieder jemand Leichsel. Das ist für die. Ich bin gerade ein. Fudum. Ich komme dann wieder hoch. Biene, Biene macht schnell, Leichsel kommt wieder hoch. So, ich bin schon voll. Jetzt schon. Hm. Na, durch das viele trinken heute. Oh. 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 Entschuldigung. 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 Du bist für die glatt. Ich bin gerade geschützig. Warte einfach. Ich bin gerade mal. Korte. Entschuldigung. Das ist in der debiligen Jet. Ja, ich kann es denn noch bis nach unten. Minus 28, okay. Okay. Hey, bis zu Hause. Schön, dass du wiederkommst. Sehr gut. Dann ist er auch gleich sicherlich in-game. Ja, aber mit der Ruhe. Ich sag dir gleich nicht jetzt. Die sagt direkt von Arbeit zu ihrem Papa. Ja. Muss ich ja auch erstmal akklimatisieren. Ach Gottchen, dann kommt die ja heute gar nicht mehr dazu. Autsch. War doch noch höher als gedacht. Ich brauch gleich ne Schiene. Mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Ähm, anders in der Hinsicht, dass wir wahrscheinlich dann noch während des Streams von ARK der Football-Game im Hintergrund laufen haben werden. Ja, ist es so. Ja. Nein, ich wurde gerade gefragt, warum das am Sonntag dann anders wird. So. Rum, hoch. Also. Da rein. Kommt. Ähm. Blei. Und. Eisen. Ähm. Hat das einen Grund, dass Glas unten drin ist? Ich schmeiß das mal oben mit rein. Das ist einfach nur zerbrochene Glas. Ja! Jawoll! Oh, Entschuldigung. Alles gut. Boah! Deutschland hat den Ausgleich? Ja, in der 89 Minute. Alter, ich... zu viel Kaffee, die ich über der Kriege. Ich muss zum Versuch plötzlich machen. Ja. Mhm. Mhm. Herzlich. Jetzt ist meine ganze Brust grau geworden. Ab jetzt nennen wir ihn Graubrücken... Ach nein! Graubrust. Ich habe keine rüge Haare. Ja, deswegen ja graue Brust. Mhm. Entschuldigung der Ration. Also weg. So. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Amen. Ja. Ja, das Pony Deichsel ist happy. Nein! Warum nein? Biene ist jetzt taub. Ich bin gerade im ersten Moment auch etwas zusammengezuckt. Nicht, weil du mich erschreckt hast, sondern weil ich im ersten Moment nicht wusste, wo es herkommt. So. Dreieinhalbtausend... Bei mir haben wir auch links rum, haben sie auch gejubelt gerade. Dreieinhalbtausend Nitrat habe ich auch mal wieder dazu geräumt. Äh... Ach, bist du gerade unten drin, oder? Ja. Ich bin gerade unten drin. Oh, das ist doch gut. Da kann Biene nachher, wenn sie noch reinkommen sollte, können sie gleich wieder Schießpulver herstellen. Ja. So. Achso, ich habe das Glas gefunden, deswegen habe ich das da reingetan. Weil wir das doch immer dort zu laufen lassen. Ja. Aber ich habe gerade Messing und Blei laufen lassen, deswegen habe ich das Glas da nebenbei reingetan. Ah, ok. Ja, war fertig, habe ich jetzt reinlaufen lassen. Ja. Das waren ja bloß 2-mal Klasse oder sowas, ne? Ja, ja. Vier Minuten. Na ja, vier Minuten, da kann viel passieren. Ja, ich auch. Kriechen wir mal rüber hier zur Erste-Hilfe-Küste. Holen uns ne Schiene. Ja, hast du dieses Pen gebrochen? Ja, ich sagte doch gerade, dass ich aus einer zu hohen Höhe gefallen bin. Hm. Du hast dein Gefühl gemacht. Ach ja. Passiert mir auch mal. Spitzhacken. Spitzhacken bräuchte ich noch ein paar. Wow, das sieht gut aus. 9000 Nitrat, das sieht doch schon mal gut aus. Ja. So. Drei habe ich noch mal mitgenommen. Die anderen können dann zurückgeräumt werden. Ab. Hülle brauchen wir. Muss man gucken. Coole, Coole, Coole. So. Schmeiße ich jetzt mal eben hier mit rein. Ähm. Obwohl, die sind... Ja, das ist eigentlich zu viel. Ähm. Ähm. Die drei tun mal hier rein. Wir hatten gerade noch, äh, drei über... Äh. Ich weiß es nicht. Ich trau dem Braten nicht. Was denn? Ob, äh, ob drei Spitzhacken reichen oder nicht, aber im Notfall kannst du mir gleich eine runterschmeißen. Hm. Ich gehe jetzt weiterbuddeln. Und... Tja. Moment. Haben wir hier schon mal einen Bereich, wo wir sauber laufen können. Ah. Muss man hier unten auch noch alles, äh, ausheben und verschönern, ja. Damit sowas dann nicht passiert. Alleine vorm Tor im schichten Ball nicht. Wäre das dann nicht auch abseits? Nee, nee. Boah, nein, das kann doch nicht wahr sein. Führung? 14 H an, nee, 14 H an, Tor vorbei. Äh, Entschuldigung. Zum Glück habe ich 18er-Version drin. Ja, ich nicht. Verlängerung. Das, was du gesagt hast, Kenny. 1 zu 1 Verlängerung. Aber die Chancen, die die hatten, äh, es fehlt ein richtiger Torjäger. Deutschland hat keinen vernünftigen Stürmer. So traurig ist mir für alle Samtut, die da sind, aber... Ja. Ähm... Wir sind einfach nicht torgefährlich. Nicht mehr. Nicht mehr. Ja. Aber da sind wir schon länger nicht mehr. Ja. Dann kann ich mal das Rohreisen wieder reintun. Was war das? Und jetzt? Draußen hat ein Kind geschrien. Draußen hat ein Kind geschrien. Draußen bei dir oder hier im Spiel? Nein. Draußen bei mir. Real Life. Die ist ziemlich hoch. Was ist mit ihr? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob sie bei mir im Stream ist. Ob sie bei dir im Stream ist. Bei mir ist Levenopina. Oh, da kommt er noch. Ganz schnell zu dir. So. Nein. Ja, nicht. Bei dir kommt er noch angewackelt. Aber Deichsel. Weißt du was? Ich trinke noch mal ein Schlückchen. Ja, gerade. Keine Vorfrischung. Ja, eine Schreiberin. Na, eine Schreiberin. Na, keine Schreiberin. Ja, nicht mal geschrien, die Schreiberin. Na, meine Estwas. Was wolltest du haben, Spitzhacke? Nee, jetzt nicht, wenn, dann später. Wenn ich was brauchen sollte. Schreierin bei mir. Ich bin noch nicht da. Hallöchen, Lawi, schön, dass du zur Verlängerungspause kurz vorbeischaust. Weil Deichsel hat das Spiel an. Ich weiß, wie es steht beim Fußball. Wo, was, wie, wo? Da drüben, Krankenschwester, die kommt dir runtergefallen. Ja, hablo. Lass fallen. Krankenschwester kommt. Ja, direkt neben mir aufgeschlagen. Ah, ne, 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 ne. Au, 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 au ja okay ich kann nicht mehr habe keine nerven mehr ah flau was soll ich dazu sagen bist du zu alt für diesen scheiß schießpulver ist gut verkomme das brot ist scheiße schön jetzt habt ihr mich infiziert ihr deppen müssen wir die kette erschießen nein oh da kommt noch jemand angekrabbelt kopf weg kopf weg oh recht verloren und ne schatzkarte auch damit sehr gut definitiv okay ich hab's nur so von Deichsen mitbekommen das äh ich bin älter als Lavi und ich kriege ich hab die Nerven ohne Runde Kontrolle ich hab nur mitbekommen Spanien ist äh recht früh in der zweiten Halbzeit in Führung gegangen und äh Deutschland hat recht spät kurz vor Ende ausgeglichen so so wie lange bin ich jetzt infiziert nimm Antibiotika dann hat sich die Sache erledigt so ich bin die Lagerfeuer aber die Lagerfeuer oben sind noch nicht an ne gut hat dir die Konfenschwester was mitgeklappt nein tragen die nicht mhm mhm dann springt dann auch noch von oben fast nur auf den Kopf mhm wieso vorstellen die kommt runter und die fliegt dir auf den Kopf und und dann zur Fels über die auf den Kopf mhm das gibt ne Sauerei ja mhm mhm er hat ein bisschen durch kommentiert blaui mhm 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 improvisieren eigentlich nein weil ich habe ja vorhin schon eine geschickt wenn auch muss sie kurz Bescheid sagen und können dann in die Party kommen aber das weiß ich könnte man wetten dass jino jetzt irgendwo draußen mit jemandem fußball gucken ist und deswegen heute nicht da ist und munition hergestellt hat wenigstens brauche nicht so viele ressourcen bei schroth munition weil da brauchst du das papier die schroth zeug war ja da gewesen und schießen und ja das ist der kam keine patronen und keine geschehen spitzen deswegen habe ich die klammer hergestellt ja ist ja okay wenn die gute schroth munition stelle ich nicht herbei oder die ressourcen brauchen deswegen lasse ich ja alles gut wie ein nur die bei mir nicht wirklich doch hier draußen ist knallrot aber wenn ich nach oben gucke nicht und alles was dazwischen ist ich bin jetzt raus bei mir mhm ich komme mir schon schiedsrichter wieso der pfeift der pfeift Dingo weil es eigentlich auch nichts ist das machen die schon eh und je Dingo das ist alles ja klar gut quasi na ist die nacht vor der blutnacht ne und wir haben den nächsten Tag und wir haben den nächsten Tag weiter machen mit der Arbeit ne weiter mache mit der Arbeit ne oooh Nun lassen Sie sich wieder reindrücken oder machen wir doch nichts. Geht schon weiter? Ja, gehört doch schon in die Verlängerung. Weiß ich doch nicht. Seit 6 Minuten. Aha. Viertelstunde oder halbe Stunde? Wie lange geht jetzt eine Halbzeit? 2x15 Minuten. 2x15, ja ok. Und danach ist dann Elfmeterschießen, ne? Unentschieden bleibt Elfmeterschießen. Elfmeterschießen, schön passend zum Ende des Streams. Wie lange ist gleich Pause zwischen den Halbzeiten? Eine Minute. Eine Minute? Ich dachte 5. 7. Irgendwenn klopft draußen auf Holz. Ich dachte deswegen 5 Minuten, ok. Wenn du das bist, dann passt das ja. Ich tue schon mal ein bisschen weiter. Weder in der Früh noch 30 Stunden, als er von damals kommt. Hm. Ich hoffe ja, dass die von hier drüben kommen, wo ich grad das Loch buddel. Deswegen machen wir ja das Ganze. Ja. Oh. Oh. Ja, aber... War klar, dass zum Deutschlandspiel mein verdammt wenig Zuschauer haben wird, ne? Das ist doch neu. Ja. Aber ich hoffe nur, dass es friedlich bleibt nach dem Spiel. Egal wie es ausgeht. Das ist doch keine Fan hier, die sind doch nicht gegeneinander. Die Fans hier Deutschland und Spanien. Das wäre dann anders bei den Holländern oder Engländern. Wenn dann die solche Idioten, die Hooligans kommen, die Idioten. Ja. Ja, wobei bei den Holländern, da halte ich überhaupt keine Bedenken nach dem, was man so gesehen hat. Ja, aber da gibt es ja auch solche Idioten. Ja, die Idioten hast du überall. Ja, alle schon. Und bis jetzt hat man so von Krawall machen ja nur von England gehört. England wegen irgendwas, ja. 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 Doch, doch. Bei irgendeinem Spiel gab es schon etwas Terz. Vor dem Stadion allerdings, glaube ich, war es. Das habe ich heute Morgen noch gehört. Und ich meine, England ist da gefallen. Ich muss sagen, bei uns hier in Leipzig war alles gut. Nur auf dem Fennheim und alles. Auf dem Fennheim war alles im Umgang. Irgendwie sein soll. Ja. Ich war ja 2006, wo Ui und Leipzig war. Ja, da brauch ich auch auf dem Fenn meine gewesen. Ja. Ach ja. Schauen wir mal. Wie ist es wird. Oh verdammt. Merk. Hermann. Läger. Habe ich jetzt wirklich alles? Na ja, dann ist doch Holz. Ja, ich hab alles. und schön weiter wurde hier es schneit also in-game ich dachte gerade wie das schneit beim fußballspielen ich dachte jetzt gerade echt du meinst dass es in real life schneit ja nachdem das dortmunder stadion ja zum höchsten wasserfall europas wurde echt ok und die dänischen fans Die haben Strom so gestellt und haben gefeiert. So. Alter, so 2000 bis 2010 bis 2007 glaube ich war es. Hätte ich das auch noch gemacht. Oh, weil ich habe gleich eine Herzattacke. Warum, Lawy? Dickel hat noch nichts Schlimmes berichtet. Oder ist es nur die normale Aufregung? Obwohl ich 38 Jahre auf dem Fall gespielt habe, die Bühne bei mir war, obwohl ich es nicht spiele, da habe ich in den Rümen weitergeguckt. Okay. Die haben wir ja hier in den DÖ gemacht, aber doch. Das Fußball ist zwar nebenbei gelogen, aber auch gesund. Ja. Aber und danach sind wir ja bei Zeiten ins Bett, da lief er als Spiel noch. Und da bin ich aber trotzdem ins Bett mit hier gegangen. Ja. Hey, das ist nicht scheiß Fußball. Mit der Frau ins Bett zu gehen ist wichtiger als Fußball, Leute. Merkt euch diesen Satz bis neben. Ja, logisch. Ja. Ich habe dich nur zitiert. Ja. Aber das ist nicht scheiß Fußball. Very cool. Die Bühne ist da. Ingame. Echt? Ja. Und links. Bin ich mal gespannt, ob sie gleich live kommt. Ich glaube nicht. Glaube ich auch nicht. Das ist ja, du kannst jetzt weiß. Ist ja nicht mehr die 3 próximo Stunde. Oh, das bringt schon noch was. Jede Minute bringt was, aber ich kann es nicht sehen heute. Ich bin ein Minus. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Na, alles klar. Alles klar. Wunderbar. Ei, ei, ei. Jetzt muss man, ich habe eine scheiß U-Bahn-Pand. Wenn die Züge nach der Sperre haben, dann sie U-Bahn. Ach ja, kann ich sagen. Über die Sommerferien, ja. Boah, das gibt's doch nicht! Mein Gott, sind die drin. Wieso? Er wird doch knapp vorbei geschossen. Okay. Ich habe schon gehört, Dina. Als du bei Deichel warst und ein Fußballspiel lief, ist er mit dir ins Bett gegangen, anstatt Fußball zu gucken. Ja. Das war ja das Öffnensspiel. Was? Das war ja das Öffnensspiel von der EM. Okay, da war ja auch noch nichts. Wenn man es verliert, verliert man es halt. Man scheidet ja noch nicht aus. Es ist... Es ist... Einzelt. Und? Immer noch ein Fall, ja. Ich habe nur was wollen wir uns anziehen. Mhm, mhm. Äh, und grafen wieder einmal? Ja, das geht. Und, ob da alles hingekriegt? Ja, alles funktioniert. Oh, das habe ich jetzt vergessen. Mhm. Das kam so herzlos rüber, Biene. Ja. Nö, das habe ich jetzt vergessen. Mhm. Oh, so frei nach der Devise. Oh, so frei nach der Devise. Was willst du überhaupt? Das ist doch irrelevant. Nee, das ist nichts. Das habe ich jetzt vergessen. Ich sag ja nur, wie es rüber kam. Ich sag ja nicht, dass das auch so gemeint war. Hm. Also, wenn du willst, Biene, kannst du über den Keller zu mir kommen und mir helfen. Ich dachte, ich sollte das mal stellen. Ja. Oder mach's halt das. In der Sinne was? Das muss Deichsel dir sagen. Ne, Deichsel? Eben was herstellen? Also, du hast gesagt, 750 Pfeile reichen, hast du mal. Hast du gesagt, Kenny? Ja, ich glaube schon, weil ich habe über anderthalb Stacks dabei. Gut, dann reicht nicht. Da stellst du halt nochmal Munition her. Ja, am besten Pistolen-Munition, die ist für alle da. Ja, genau. Stellst du die wieder her. Nimmst du alles, was geht und stellst noch Schießpulver her. Da haben wir jetzt über 3000 Nitratrenne, da kannst du gutes Schießpulver herstellen. Also, Pistolen-Munition und Schießpulver herstellen. Also, Pistolen-Munition und Schießpulver herstellen. Ja. Du hast ja gesehen, was letztes Mal war, was wir noch vor Ort haben. Ja. Deswegen hoffe ich ja, dass die Falle steht bis dahin, Mensch. Ich bin ja hier schon am Buddeln Deichsel. Ja? Bin ich denn nur? Das weiß ich auch nicht. Ach so, Dina noch markieren. Dina, heute bist du blau. Yay. Oh ja. Genau. Bei mir ist heute blau. Blau, blau, blau. Meine Lieblingsfarbe. Nein. Ich dachte, nein. Das gibt Elfmeter. Für? Deutschland. Das muss Elfmeter geben. Ganz klar. Okay. Normalerweise. Ey. Wer kontrolliert? Das muss Elfmeter geben. Ach, das gibt's doch wohl nicht. Da guckst du dich mal an. Ja, aber es gibt doch noch einen Videoschiedsrichter, oder nicht? Ja, aber nee, der hat gesagt, nee, weil du. Ja, Schiedsrichter. Okay. Das war auch bei uns auch wo. Ach ja. So. Läuft. Ach ja. Ich habe gerade mal viel Holt. Das war der Hütte. Ne, das war der Hütte. Nee, das kann ich nicht. Nee, nein. Ne, das Knöse nicht. jetzt nur nicht sagen will dass du das hast ich hab's nicht ich hab bloß nicht sagen 13 fix dreizehn halb fix holz habe ich jetzt sehr gut das reicht auch schon mal jetzt ja auch noch mal all die gesorten wird gut habe ich gemacht ist eben wenn du noch zeit hast oder so weil ich dafür das brot habe ich wasser genommen wir haben schon noch haben da bist du selber entscheiden wenn wir mehr als eine reihe wasser haben brauchen wir noch nicht neues gemacht wunde fallen bei mir ich komme raus wieder alter das hat geklungen aufgeschlagen tot das klang wie ein bär der mit einer schreierin sich vermehrt hat im ersten moment gerade ist er habe ich echt die nackenhaare aufgestellt alter da ist der andere der ist tatsächlich neben mir eingeschlagen die bestie alter okay wir kommen scheinbar in die höhe ab wo es für die zombies tödlich ist weil es hunde sind runtergefallen oder was ja und weil der eine hund der zuerst unten war direkt gestorben ist ähm hat äh hat der äh gejault und gleichzeitig hat der andere der noch im fall war geknurrt und dadurch klang das wie ein bär der mit einer schreierin sich gefahrt hat und im ersten moment dachte ich echt so was neue viecher blutmacht 21 neue viecher schreierin bär ein schreiender bär schreibe auch wie ich schreibe ja ich habe ich habe die nahe nimmt doch vorgelegte standen also die fackel macht eigentlich nicht doch die hat mich angezündet ich habe ich habe eben gebrannt und was soll ich dir sagen er bringt immer das ist immer feuer und flamme für das game dann müsste ich immer löschen ich kann ihn aber die groß ach so groß schon wieder naja dann ja was mit was mit wenn die morgen ist die so ruhig ich weiß es nicht die sitzt so hinter mir wenn ich für mich wenn ich mich umdrehe dass ich sie umdrehe nicht zu sehen was sie macht aber vielleicht liegt es daran ich sagte ja vorhin schon Frauen haben so einmal im Monat ein Problem und vielleicht liegt es einfach daran dass einfach gerade die Schmerzen dahingehend zu machen ich habe den Arsch gegessen dein echter Magen nein ich habe den Arsch gegessen dein echter Magen nein aber die Hunde kamen gerade ohne Vorwarnung aus dem Nichts machte einfach Platz und down waren die äh ich stehe hier oben und gucke ok ich stehe hier oben auf den Schein drauf und gucke weiter ein Loch oh du guckst bei meinem Loch mh nicht wie dein Loch sondern auf mein Loch ok r als ob das so viel besser ging ja irgendwie komisch Bino was sagst du dazu ja sehr komisch mh so ist kein Muster denn gehen jetzt geht es los jetzt geht es los ab jetzt haben wir den Alarm der fehlt auch noch so als äh Counter Polar Alarm wie auch Deichslauch's Klo rennt oder einfach mal seinen Platz verlässt einfach mal hier so lange brüllen einfach mal hier so lange brüllen da hört man ihn wieder zurückschlupfen so so da hat dieser wieder oh oh na guck na guck das nächste Mal wenn es wieder raus geht da sollten wir die Konzentration auf weislich machen das war nichts mehr mach ich auf jeden Fall was Gleitsuche Gleih und Messing brauchen wir unbedingt ja Geschossspitzen haben wir nur mehr 349 mh ja und hülsen 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 äh 500 507 mh ach guck ich dass du alles jetzt verarbeiten tust soweit für die Blutnacht und ich werde dann in der Blutnacht gehen oder was ja wie kommt er jetzt in der nächste Nacht er wird wahrscheinlich nach der Blutnacht gehen ich würde jetzt noch gehen aber wir haben nur noch eine halbe Stunde eben und ich will ja in die Stadt in der Wüste hinten also da wo es da denn ist dahinten war doch der Blutnacht ja ich überlege ja gerade noch es ist auch nur 2 ne mach das nach der Blutnacht ja das reicht erstmal die Munition wie viel hast du noch einstecken gehabt die Munition Bine Pistole ja über 900 ja ja ok ok ich habe äh 500 hergestellt weil ich kenne ja auch jetzt guck ich noch mal wie du bist Pistolen Munition hast Scharfschützen Munition haben wir genug wie steht's Deichsel eins an uns also ich hatte 552 Pistole 669 Scharfschützen und 338 Revolver und 400 Schrot also 169 Scharfschützen kann ich noch abgeben also 169 Scharfschützen kann ich noch abgeben wenn Kenny das noch mal braucht das wird sich dann zeigen und in der Munitionskiste ist 641 Pistole und 34 Scharfschützen und 15 Revolver aber wie viele Revolver Munition hast du noch hast ähm 150 glaube ich hatte ich bei ihm gesagt ok wo ich ja gesagt habe von wegen Revolver und oder Pistolen Munition traurig nochmal ja äh ich kann dir von meinen 300 ums kann ich die 100 abgeben da haben wir alle beide das gleiche äh ich hab also wenn du Pistole meinst da habe ich auch 300 Schuss meine Revolver also ok ich wollte das nur klargestellt haben wenn ich die 100 abgebe da haben wir alle beide das gleiche da haben wir alle beide 250 sogar ja ich muss noch mal genau nachgucken aber das mach mal vor der Blutnacht wie immer ja natürlich äh deswegen würde ich auch sagen du bleibst zu Hause und guckst dass du jetzt hier im Umfeld was machst oder ob du dir die Spitzhacke schnappst hier unten mitmachst ne ich gucke nochmal dass ich alles aufstelle die Spitzen und so achte mal oder das und du hast mal noch draußen äh aufräumen weil da wird doch ein paar rumgeruselt sind ja einfach mal kreis wo da alles in Ordnung ist ja hm ja hier wird doch hier wird doch Organspenderbiene unterwegs hm 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 was sagst du eigentlich dazu dass äh jeder Schreierin in meiner Nähe dass jeder zum Organspender werden soll äh es sei denn er widerspricht dem Ganzen hm ja es ist im gespräch ob man das alter ich werde hier unten gerade attackiert es ist im gespräch ob das nicht geändert werden soll dass jeder organspender ist es seiden er widerspricht zu lebzeiten nein nein auf weg weg weh in Spanien in der letzten Minute Spanien 2 1 2 1 okay die Chancen die wir hatten haben sie nicht genutzt es wird kundin öfters mal was neu ist aber vor so leuten bei der Kinn die Stimmung holen uja wenn das jetzt so abgefügt wird dann haben wir in der blöde selbst ganz schön da wird ja auch noch eine leiche wenn sie zu tun sind die tote schießen 1.000 Chancen kriegen jetzt rein also selbst ganz schön wenn man es nicht reinkriegt ist man meistens dran schuld vor allem wenn man tausende Chancen hat drei mal nur ein Torort kriegen sie die Rinde nicht rein was willst du machen Deichsel da machst du nichts da guckst du dumm da esse ich mal gerade eine Dose Katzenfutter auf zwei hinten dran noch Rindfleisch-Ratatouille ne äh ne große große Rindfleisch-Ration ach so ich bin nicht mehr hungrig okay dann können wir das verwerten und dann müssen wir eben noch was Wasser trinken um wieder aufzufüllen sehr schön und dann können wir weiter wo der liegt aber damit haben wir keinen Autochor so da bin ich ja morgen mal aufs frisches Fernsehen gespannt was die da so erzählen Prozent 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 aber ich habe ja vorhin noch gesagt was ich denke wie das ausgehen wird Prozent 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 oder die Verlängerung gebraucht hat dann haben wir uns wenigstens Feuer verkauft wie man immer so schön Prozent das ist richtig aber wie gesagt hier hätten sie viel mehr abmachen müssen ja die Chance in die Sagen ist das ist meistens so mhm das ist meistens so mhm oben rum zu gehen und noch eine trittstufe außenrum anzubringen das gibt es doch nicht wieder alleine von trocken sie ist vorbei also das wäre jetzt noch der chance gewesen für den ausgleich ja logisch das ist doch das ist doch nicht normal naja es sind sie mit recht ausgeschieden wenn sie tausendprozente chancen nicht reintun knappe nehmen er wobei was soll ich machen ich fragte dich ob du es dir zu traust oben rum zu gehen an der kante entlang und nach innen trittbretter zu machen also es gibt ja diese mit geländer und ohne geländer dieses ohne geländer dass du das einmal ringsherum nach innen setzt dass die zombies vielleicht nicht am rand noch mal fest bevor sie runterfallen sondern direkt dann runterfallen würde ich schön machen auch nur erstmal herstellen ja aus holz okay ja das ist warte ich guck grad nach wie das ding heißt und wo du es findest fangen wir an bei gebäude damit sie besser leveln tut oder wenn sie nicht herstellt dann tue ich es herstellen holz laufsteg das ist es einfach nur holz laufsteg wie soll ich sagen ich mache die betrachten eine beurte k k ich habe die klinik und von den arbeitens der spaniens flagge ist doch gelb und ich weiß was du meinst ja wo vor den grünen ins gesicht geschleunen auf dem feld jawohl halb hälfte der deutschen hälfte der spanier und eröffnet bei einem hof am strafraum das ist jetzt die letzte chance für deutsche ok obwohl es noch viel Zeit sein soll, jetzt sind es 6 Minuten achja ja wenn es die letzte chance ist entweder jetzt oder nie ich bin ein scheiß naja pfeif ab es ist Schluss es ist Schluss gut damit ist Deutschland also ausgeschieden es wird Holzlaufsteg hast du gesagt Holzlaufsteg einfach nur Holzlaufsteg Holzlaufsteg die brauchen wir da keine Ahnung aber mach mal ein paar ja 300 ja ja ok ja und dann einmal oben rumlaufen und die setzen auf die Innenseite ja das ist ja schon klar, dass ich die nicht auf der Außenseite sitze ja dann bin ich ja froh dann bin ich ja keine Ahnung da bin ich ja kann ich ja das ist ja das ist ja das ist ja Tja, dann bin ich mal gespannt, was morgen so in den Nachrichten heißt und was das Frühstückfernsehen so sagt. Die haben ja auch ganz viele Gründe gesucht, warum Deutschland nicht ausscheiden kann. Leider nein. Dann erst die erste Gastgebermannschaft, die im Viertelfinale ausscheidet. Es gibt die Stimmung zu reden, Alter. Ja, definitiv. Wobei, sagt das mal der Nationalelf. Für die gibt es nichts Wichtigeres, weil das ist ihr Job. Wie hoch solltet es sein? Was? Bis dann. Bei mir hier über dem Loch direkt an dem Loch. Ja, ich bin ja schon da. Wir sind da am... So dass du... Wo bist du? Da bist du. Direkt oben bündig so gesehen. Mir geht nicht bündig, weil es steht. Ja, dann halt da, wo es geht. Und die Dinger, auf denen du jetzt läufst, kannst du die aufwerten, dass die ein geschlossener Kasten sind oder hast du kein Holz mit? Ich habe es kein Holz mit. Also, okay. Komm, ich fange hier an. Na, ich kann. Also, wer auch immer nächste Woche dabei ist als vierte Person, darf gerne mit mir hier buddeln. Ja. Ich kann es leider nicht irgendein bündig setzen. Ich kann es nur unterhalb des Steins setzen. Ja, ist okay. Dann mach das. Also, ich kann es probieren. Mit Tränen und Wenden und alles, aber das funktioniert nicht. Ja, alles gut. Ich mach das so. Dann stimmt der Fall. Dann hat es wenigstens den Vorteil, dass die halt ein Stück fallen. Dann sind die ja da drauf und dann fallen sie richtig unter. Weil die Hunde sind ja so schnell unterwegs, sie sind ja direkt über die Kante drüber. Und die ganzen Zombies vorhin, die sind an der Kante ein Feld, zwei Felder runter geglitscht und dann erst gefallen. Und wenn wir das so verhindern können, ne, dann wär das doch super. Ich will halt größtmöglichsten Fallschaden bei denen hervorrufen. Bei den lieben Zombies. Und die nächste Spitzhacke ist im Eimer. Job, erinnert zur Not noch mit. Alles gut. Ich hab noch zwei. Du bist nicht hungrig. Okay. Hab ich Durst? Ja, hab ich. Sehr schön. Du bist nicht Durst, ey. Was? Ah, komm nun. Du bist nicht Durst, ey. Genau. Aber ich werd jetzt gleich nochmal einen Schluck trinken. So. Was habt ihr gesagt, zum Aufmerken? Hm, die roten Dinge. Die roten Dinge. Hm, warte. Jo, das ja alles hier. Das ja. Äh, hier? Das ja alles. Das war genau. Die Rahmen. Die einfachen Rahmen. Einmal oder zu einmal? Das ist egal. Hauptsache, dass ihr nicht nur die Rahmen. Das, wenn man da oben schon auf die schießt, die Rahmen nicht recht wechselt. Das muss eh noch alles mit Stein gemacht werden. Später nicht, ob du die, ob du die Dreier... Den, du? Ja, ja, der hat diese. Ob du den Podest, ob du den U aufwerben kannst, den ich da gerade mache. Da kommen, äh, viele, viele. Dien, hast du was zum Schießen mit? Die waren halt ich nichts zum Schießen mit. Ja, eigentlich hast du immer was zum Schießen mit. Wenn ich rausgehe. Möchtest du da drüben? Ob du möchtest? Ob du möchtest? Den lassen zu Kenne kommt dann. Ja, die könnte kommen oder auch nicht. Und die komplette, ja, die komplette, ja. Ich hab doch irgendwas gehört, warum? Der wird, 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 der wird. Und genau als Lagerfeuer. Ach, ist da ein Lagerfeuer schon an? Ach, ist da ein Lagerfeuer schon an? Ach, ist nicht da aufstehen. Bleib liegen. Habt ihr da oben ein Lagerfeuer an? Nein, das liegt aber, ist immer reinflug. Also, hier, da liegt da in der Brandflug. Oh, wo, 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 wo. Ja, hier, hier, hier. Siehst du? Ah, da kann ich nicht an. Auch gut. Weg, 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 weg. Gucke hoch kann ich sehen und arbeite einfach weiter. Wow. Was ist da so hoch geflogen? Logo voll. Ach se, aus dem hat es zerbröckelt. Ja. Jedenfalls zerbröckelt. Wenn ihr das mal sehen wollt, wie das aussieht, müsst ihr das leider auf Twitch machen, denn dort könnt ihr zwischen den Ansichten von Biene, Deichsel und mir hin und her switchen. Der Link ist immer wieder zu den anderen in der aktuellen Videobeschreibung, in der aktuellen Beschreibung drin. Hallöchen, laui, klar bin ich noch da, aber Deutschland nicht mehr. Deutschland ist raus. Na, Mensch. Was ist denn? Bin ich erschrocken, du kommst neben mir her, gelöten mich, ich komm nicht erschrocken jetzt. Doch, du kommst zum Biet. Hoho. Hahaha. Filter, tüter, taho, in der Stadt unterwegs. Ähm, haben einige nun einen Herzinfarkt? Ja, ist eine gute Frage. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es zu Handgreiflichkeiten jetzt kommt. Weil, äh, es war ja wohl, so wie ich von Deichsel gehört habe, ähm, die ein oder andere Szene, wo es, ähm, ja, gegen Deutschland entschieden wurde. Wie der Elfmeter zum Beispiel. Genau. Und, äh, Ja, man weiß, betrunkene deutsche Fußballfans neigen, ähm, gerne zu Handgreiflichkeiten. Nicht nur deutsche. Das stimmt, aber es ist ja jetzt halt Deutschland gegen Spanien, deswegen, ne? Ja. Alle, die anderen, die. Deswegen habe ich mir die Deutschen... Lied, ich brenne! Die eine Feuer und Flamme? Rinne, 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 rinne rund! Wie ich wohne, ich bin gerade wohne. Gott, 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 ich werde ich gerade feucht. Es regnet. Ja, das war wohl die Frias gewesen, stimmt's? Ja. Scheiße. Wie ist das, Penny? Nicht nur ich, mit der Fackel. Also ich habe es bis jetzt noch nie geschafft, mich in einer Fackel anzuzünden. Und daher, dass es für das Game keine Patches gibt. Trotzdem echt bitter. Oh, ja. Oh, wei, wer feucht, ja. Lavi, die selbst von Schuld, die haben gehalten, gehalten, gehalten und haben keine eingekriegt. Selbst von Schuld. Geist nie ruhig. Lavi hat davon nicht mitgehört. Oh, vielleicht kommt wieder ein Drop. Ja, den holig. Ja, wenn der nahe genug ist, kannst du direkt los den holen. Und Biene, du kannst dann, wenn du willst, den Podest, den ich gemacht habe, auch noch abwerfen. Süd, Süd, West. Ja, ich geh nochmal mit. Ah, das Podest ist fertig, das ist gut. Ja, ich würde sagen, wenn es geht, wenn Biene da draußen, kannst du es mit entfernen, dass ihr das kleiner mit entfernet. Ähm, dafür braucht sie sehr wahrscheinlich Metall. Ja. Und ich weiß nicht, ob es das normale ist oder das geschmiedete. Hm. Das geschmiedete. Das wird sie ja dann gleich angezeigt bekommen. Was sagst du, Biene? Geschmiedet. Geschmiedet. Das lange, dünne. Lange, dünne. Ja. Ja, Lowie. Das wird bestimmt viel Kratsch am Montag in der Firma geben. Ne? Ne? Viele wissen es jetzt auf einmal wieder besser und, äh, halten sich für die besten Fußball-Experten und sagen, ja, hab ich ja schon vorher gesagt. Ja. Und wenn die Deutschen gewonnen hätten, hätten sie gesagt, das hab ich vorher gesagt. Ja, ja, klar. Ja, womöglich noch, äh, heute in der Firma gesagt, so, äh, Deutschland spielt 2-1 oder putzt die 3-0 weg. Ja, ja. Und, äh, ja. Ich habe vorhin zu dir schon gesagt, ich habe heute kinkgummis gefühlt, ne? Ja. Hast du. Habe ich von Anfang an besorgt. Und, was habe ich von Anfang an im Stream gesagt? Für die Deutschen wird es schwer. Ja. Wenn die das, äh, nicht schaffen, in die, ähm, äh, äh, ins Elfmeterschießen zu retten, haben die nur, haben die nur zwei Möglichkeiten, schnellen Konter oder verlieren. Ich verstehe. Mhm. Aber trotzdem war es klar, an der es mir doch weniger nicht gegeben hat. Mhm. Mhm. Das müssen wir uns machen. So. Für alles gibt's, äh, Video und, äh, wird hier Technik zur Hand gezogen. Und bei sowas dann nicht, ich wette, das gibt einen Aufschreimer wieder. Doch. Aber auf jeden Fall. Ja. Aber, ja, aber, ne, wenn da bei einem der dicke C im Abseits ist, klar, Abseits ist Abseits, da brauchen wir nicht drüber reden, ne? Ne, aber, ey, das ist der dicke C. Ehe. Ehe. Also, das hätte man ohne Technik nicht gesehen. Und wer hat's dann gesehen? Warum wurde es gepfiffen? Und, und, und. Ja? Und warum wurde es dann dort nicht gesehen, der Handelfmeter? Ja. Obwohl man's ja scheinbar im normalen, äh, Wiederholungsbild gesehen hat. Warum hat dann nicht, äh, der, wie heißt es immer so schön, äh, vierte Schiedsrichter, fünfte, der da am Fernseher sitzt, der, der Video-Schiedsrichter halt, ähm, gesagt, ey, hier, da ist was. Ne? Also, das ist alles nicht ausgereift. Ne, weil, manchmal ne, zwei, drei Mal's müssen, ne? Ja. Aber egal. Na, egal, es hat nicht. Ist nicht egal, aber wir haben's selber, äh, vor Maffeln und da ist gut, glaube ich, als. Ja. Hm. Klar, und wenn du dann alleine auf den Torwart zu rennst und dann noch am Tor vorbeischießt, nicht nur einmal. Dann wird's kriminell. Und das nicht nur einmal. Ne, egal. Wenn, wenn, wenn man dann wenigstens Fosse, Latten oder den Torwart trifft, kann man sagen, hey, er hat gezielt, aber nicht vernünftig getroffen. Ja. Aber, wenn er noch nicht mal jetzt das Tor trifft. Das ist schon egal. Und, nein, Leute, ich fang nicht an Fußball zu spielen. Aus zwei Gründen. Zum einen, ich bin zu alt. Zum anderen ist es nicht mein Sport. Und zum dritten, ich kann kein Fußball. Ich habe früher, äh, in der Schulmannschaft mitgespielt. ich war Torwart. Und, ähm, ja. Sagen wir mal so, die meiste Zeit habe ich meinen Kasten sauber gehalten. oh leute ich dachte dazu was jetzt noch alles gut bleibt liegen ja ich bin nein es gibt ja sportarten wo ich sage da habe ich keine ahnung von da kann ich mich einmischen fußball mag ich einfach nicht ich sage nicht ich habe da keine ahnung von ich weiß was ein abseits ist ich weiß was so faul ist ich weiß was eine schwalbe ist so muss man mehr wissen bis gesagt nein weil die restlichen regeln sind so pillefatz also ja und ihr wisst leute ich bin football fan gerade was so komplizierte regeln anbelangt ja habe ich ein gewisses verständnis für wer das nicht glaubt der lernt einfach mal das gesamte regelbuch der nfl auswendig und dann reden wir weiter sie sich da ernst doch fuß gebrochen jetzt muss wer noch sein der hat mich ab der hat mich das wort sowie der fuß gebrochen da habe ich den tipp geben ganz unverbindlich guck wo du hintritt ist hier alles voll schnell ja wenn sich der boden bewegt solltest du da nicht hin treten oder wenn da so eine metall eine spitze rausguckt dann auch nicht das wollen 10 zombies mal was ist denn los ich bin hier irgendwie ich muss nach hause ich tue die ist nicht gut aber wieso liegt da bei dir schnee bei mir schneit du bist doch eigentlich da in einem biome wo gar kein schnee ist ja bei mir ist alles für schnee krass da geht der richtung verbranntes gebiet und dann schneit bei ihm der zweite gähner von mir heute hier kommt doch schon wieder irgendwo immer bleib liegen ja bei mir ist alles für schnee schiene so daher dass ich gerade hier so eine schöne ebene habe hier sind ich gehe ins loch hinein ich gehe ins loch hinein Kragen so ich komme zurück Gesundheit Danke wo geht es zurück da geht es zurück da geht es zurück der hier wohne ist und davon ganz viel mhm einfach nur Straße hoch so da habe ich vier Stück drin das sollte reichen warum habe ich Kaffee mit ich habe Kaffee mit warum hast du Kaffee mit äh da ich nur bei 30 Grad war ja aber warum hast du Kaffee mit ich habe immer Kaffee mit ah ok ich habe immer Kaffee mit ich habe immer Bier mit ich habe alles mit man muss vorbereitet sein ja klar wenn man raus geht schön dass ich jetzt nicht mehr rennen kann da setzen wir auch nochmal Stacheln hin und dann passt das bei dieser Stachel da weiß ich genau dass ich da irgendwann rein renne so da eaaaaah ja komm do Io Ich will doch bloß nach Hause. Er will heute nicht spielen. Er mag euch nicht. Herrlich. Oh, Alter. Ich komme nicht nach Hause. Die schneiden mir einen Wecker. Musst du dich durchkämpfen. Mach ich ja gerade. Wie sagt Lowy immer so schön. Kill em all. Kill em all. Nur das nehmen was ich nicht tun kann. Das ist gut. Aber ich sag mal so, dann freuen sich jetzt wenigstens die Österreicher. Dass die Deutschen genauso weit gekommen sind wie sie. Ne. Die Deutschen sind weiter gekommen. Leider sind die Österreicher eher rausgeflogen. Ne. Die Österreicher sind doch die Tage erst rausgeflogen im Viertelfinale. Im Achtelfinale. War das noch Achtelfinale? Das war Achtelfinale gegen die Türmen. Okay. Ich war der Meinung, dass das Viertelfinale wäre auch. Das war Achtelfinale. Leider. Da hab ich wirklich bestimmt. Ja. Naja. Und für wen feuern wir dann jetzt an? Ähm. Ja. Keine Ahnung. Die Holländer. Holländer. Ja. Ich find wie einfach, wie die da ihren Tanz gemacht haben, was man so schön gesehen hat. Ja. Fand ich genial geschrieben. Äh ne. Gerade durch den Football lebe ich ja die Devise Fans are friends. Und das war das beste Bauchstuhl dafür. Ja. Einfach friedlich feiern. Wenn das so immer laufen würde, in allen Bereichen der Welt, das wäre doch was, oder? Das wäre ein Traum. Ja. Das wäre Utopia. Ja. Das ist wieder wie ein Haus. Ja, ich auch. Ich kämpfe mich gerade durch den Berg. Ja. Da haben wir dann nächste Woche Zeit. Bis 22 Uhr. Bis dann der Dings losgeht. Jupp. Jetzt spielt zwar Frankreich gegen Portugal. Der Halt auf Portugal. Obwohl ich den Ronaldo nicht mehr mache. Frankreich, Frankreich. Jetzt haben wir noch ein paar. Ja, ja. Ja, ja. Ja, blege den mich schön oder wieder an hier. Ja, Leute, lasst mich doch in Ruhe, nicht nur Mary. Jetzt kommt nicht nach Hause. Doch, ich sehe ich schon unser Bauwerk. Oh, was, wie? Uh. Ich bin doch noch nach Hause. Da will ich neben der Tür zwei Steine wegmachen. Und da beschädige ich die Türe. Den hast du jetzt nicht gemacht, Biene. Den Steak noch verbessert, oder? Nein, aber nicht mehr. Das ist egal. Kann man ja nächste Woche noch machen. Ja. Hat Biene was für nächste Woche zu tun. Und ich muss dran denken, nächste Woche das Ding hier unten zu reparieren. Die Türe. Die Türe, ja. So, da tun wir alles in die Kiste rein. So, dann gucken wir mal, was haben wir denn alles Feines mit. Wir haben mit ein bisschen Eisen. Dann haben wir hier auch noch ein bisschen Eisen für. Aber keine Tiere hätte gesehen. Na gut, ich war ja nicht weiter unterwegs. Ja. Außerdem doch, ich habe Hunde gesehen. Ja, ich meine hier zum Dingsen. Äh, Deichsel stehst du gerade neben mir? Ich bin gerade an der Schießpulverkiste. Ja. Guck gleich mal hier in das linke Lagerfeuer rein. Ich habe da mal was reingepackt. Ja, ins linke. Mal ganz links an der Wand oder neben der Kiste? Nein, nein. Neben der Kiste links. Ja, der ist voll. Diese ist auch voll. Ach hier, die Munition? Ja. Okay. Ich dachte mir, das wollte ich. Ja, alles gut. Ein bisschen Munition mal wieder. Wird reingelaufen. Dann nächste Woche muss ich wieder in die Steinproduktion gehen. Denn so langsam wird es schön. Wir haben nämlich so langsam hier sehr viel über. Aber wir brauchen Sand. Und das nicht gerade wenig. Ja, nach der Blutnacht alles. Ja. Wir brauchen Blei. Wir brauchen Messing. Wir brauchen so viel, bis ich zuerst anfangen soll. Ähm. Ja. Wenn du alle inne unterwegs bist, ist halt immer... Ja. Wenn du zu spät unterwegs bist, wäre das natürlich besser. Ich kann leider nicht mit. Da musst du dann mit einem der anderen drüber reden. Ähm. Ähm. Die Messbecher. Wenn wir so viele haben, die können eingeschmolzen werden. Ähm. Wenn zehn Stück das Maximum ist, was wir da aufheben können. Also eins weg. Der reicht absolut. Voll und ganz. Der Rest kann eingeschmolzen werden. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Weil Messbecher brauchen wir nur, um die Lagerfeuer zu bestücken. Ja. Wir haben hier oben auch noch Messbecher. In der Kiste. Ja. Die können, äh, ne, eingeschmolzen werden. Äh. Das sind Sachen, die ich noch brauche. So. Dann hier. Das ist ein Alu. Darüber. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 63 Messbecher. Und oben haben wir ja auch noch welche. Mhm. So. Und dann lasst uns jetzt schnell ins Bett gehen und ausloggen. Damit wir noch so viel wie möglich an Zeit für die nächste Woche haben. Ähm. So. Also. Ich muss noch die Antibiotika nehmen. Ja. Macht das. Ich sag in der Zwischenzeit schon mal. Deichselbiene. Es war schön, dass ihr beide heute da wart. Ich danke an den Chat, die reichhaltige Unterhaltung, die wir dort hatten. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen. Twitch. Morgen sind wir ab 12 Uhr gemeinsam am Samstag unterwegs. Und YouTube. Ihr wisst wie es funktioniert. Bewerten. Kommentieren. Abonnieren. Und wenn ihr mal Lust habt uns live zu sehen, kommt gerne auf Twitch vorbei. Link zu allen in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. 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 Ciao.